Ah, da ist der schönes. Okay, der Wegpunkt zum Tori da rüber. Heieiei, bei mir, ich, äh, ah, es geht weiter, sehr gut. Äh, jetzt muss man alles synchronisieren. Mhm. Die dort muss ein neuer Wettbeschilder. So, Steine, sehr gut. Ich hab grad Glück, hier liegen ganz viele kleine Steine, die kann ich schon mal einsammeln. Das brauche ich nur noch Holz. Äh, kennst du den mit der Kiste aus? Mit was? Du hast auf, auf der sechsten Stelle, was deine Kiste. Ja. Platzier die. Mhm, genau. Dann musst du die nur irgendwie klein hacken, also am besten mit einer Achse oder so. Nee, hinstellen. Ja. Da bekommst du eine Achse und so weiter, also ein Startpad-Paket. Mhm. Wow. Alter, du scheiß Zaunde. Verpüß dich von mir. So, und ich blute schon. Oh. Ja, jetzt kann man noch den scheiß Adler. Äh, und dann hast du die Hacke, wo du siehst. Genau, dann kriegst du eine Steinachse, eine Schaufel, ein bisschen Essen. Genau, dann platziere sie noch mal und mache zerschlag sie. Hm, genau. Ja, wir haben alle Räder bekommen. Moin, moin, Ghost. Ja, ich denke, das kannst du schaffen in 27 Tagen. Ja. Verpiss dich. Verpiss dich. Mein Bein ist gebrochen, keine Infektion. Kein guter Start. Nee. Der Kack-Adler kriegt die ganze Zeit hinter mir nach. Ja, die Vögel sind echt nervig. Dein habe ich gebrochen. Knüppel erstellt. Warte mal, Schlafsack. Kack-Schlange ist auch da. Ja, wobei die Schlangen sind glaube ich gar nicht so schlimm. Die Vögel sind schlimmer. Die tun auch weh. Warte, ich muss übers Wasser, dass ich da dir komme. Sind die nur 3 Adler in der Nähe bei mir? Na, das geht ja noch. Was ist das denn da oben? Also ich habe meinen Trader markiert. Okay, ich sehe nur deinen grünen Pfeil auf der Map. Du bist bei mir Südosten und Richtung Süden rüber ist der Trader. Ja. Mhm. Mhm. Also musst du sowieso erstmal in meine Richtung laufen. Nee, ich schwimme. Heidelbeeren. Heidelbeeren. Sehr gut. Heidelbeeren. Sehr gut. Ja. Ja, das wärs noch. So ein Holzknüppel könnte ich gut mal brauchen. Ich brauche so 6 Holz. Ja, Holz habe ich genug im Moment. Ich hab mir Forms gemacht. Mhm. Und zwei Kisten. So. Da vorne steht was. Was ist das? Ein NPC oder ein Zombie? Mhm. Oh, ein Rucksack. Teig bin ich über das Wasser. Toll, jetzt habe ich mir gerade einen Knüppel erstellt und finde natürlich einen anderen besseren. Du hast eigentlich schon deinen Schlafsack. Mhm. Oh, hier. Ganz viele Zombies. Oh, ganz viele Zombies. Hauen wir mal mit doch auf hier. Oh, zack. Hö. Ein 130er Knüppel oder Krampen. Au, 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 au. Kommst da denn her. Au, au. Kommt da denn her. Hä? Nicht wieder raus. Geil, hier geht eine ganze NPC-Gruppe. Die laufen drei Stück zusammen. Und knüppeln die Zombies weg. Das ist ja immer cool. Ja, da muss man aufpassen. Nicht, dass sie auf dich schießen. Ja. Ja. Die können dir weh tun. Wir all Angryervolar. Die wollen noch doch Sachen machen. Hey, man sonst. Es muss, also es ist mir einfach artif 아니에요. Kann das helfen. Richtung, oh, hier ist so ein Camp, sehr gut. So, Ghost, pass mal auf, ich habe jetzt keinen Bock, dass das hier heute wieder so losgeht, ne? Du lässt das bitte sein und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ansonsten muss ich hier halt irgendwie mal euch beide kicken oder dich oder je nachdem, wer jetzt hier heute anfängt. Habe ich nämlich keine Lust drauf heute. Lasst das bleiben und alles ist gut. Kommst du aus dem Wasser, kommt in den Zombie. So, und Moin Moin Delta natürlich noch. So, ja, die Bude da vorne ist nice, aber ich laufe erstmal weiter zum... Habe ich überhaupt schon was zum Verkaufen beim Händler? Ich glaube noch gar nicht so richtig. Klippeband wäre nice, wenn es find wird. Oh, ich habe ein Piratenschiff gefunden. Da bin ich für die nächsten zwei Ingame-Tage jetzt erstmal beschäftigt mit Looten. So, wie weit ist denn der Händler weg eigentlich? Muss ich mal eben gucken. Oh, und der Händler ist gleich um die Ecke. Wir müssen auf jeden Fall hier die Basis aufbauen. Hier sind nämlich viele Gebäude. Und ein Piratenschiff gleich um die Ecke vom Händler. Das ist natürlich optimal. Ich bin gerade bei einem Haus gleich. Okay. Und eine Impro ist da. Alles klar Delta, dann habt einen schönen Abend und hoch rein. So, jetzt kann ich einen Schlafsack machen. Äh, Schilderschlange. Oh, was habe ich da denn gefunden? Eine Kreditkarte. Geil. Ah, die ganzen neuen Items im Spiel. Die finde ich schon echt gut. Mhm. So, haben wir hier. Oh, sind da viele Zombies. Uh, 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 uh. Und ich habe Schuhe gefunden. Schuhe? Ja, Schuhe ist gut. Schuhe habe ich auch schon. So, aber ist der das Einzige? Ja, das ist ja auch. So, ich brauche mir auf dem Schiff jetzt erstmal ein, zwei Kisten. Oh, ein Rezept. Oh. Gleich lesen. Ja, ich muss zerstören, was so gut ist. Äh, irgendwas wie in einem Broncho, was ist, glaube ich. Ja, jetzt brauche ich nur noch das Passwort für die Kreditkarte, das stimmt. So. Zack. Ah, nein. Ah, woher kommt die denn her? Oh, das ist super. Oh, das ist super. Das Haus ist auch nicht schlecht, glaube ich. Ja, das ist das Haus, wo ich bin. Wie weit ist denn der Händler von dir noch entfernt? Äh, okay. Äh, Karte. Oh, schau, noch ein Stück. Weil bei mir ist er halt wirklich nur 200 Meter entfernt. Und ich habe hier das Schiff, ne? Also, und Wasser. Also, wir hätten eigentlich alles hier, was wir brauchen. Und das ist ein normales, so ein Standardbiom hier. Und wir brauchen mal das Klebeband. So, dann gucken wir mal hier, was geht. Nee. Ich plündere gerade die Bücherei von dem Schiff hier. Alter, das wäre... Oh, Vitamine. Vitamine sind immer gut. Oh, in der Hose. Jo, alles klar, Goose. Dann weiß ich Bescheid. So, dann wird da jetzt ein bisschen langer. Ich habe ja dein Safe gehunden. Oh. Na, der mal... Toi, 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 dass was Gutes drin ist. Wir haben... Ah, heilen. Ja, das kann ein bisschen dauern. Einen großen Safe. Mhm. Ja. Irgendwann ist es 19 Uhr, gell? Ja. Ich brauche auch Kartoff. Sehr schön. So, zu den größeren. Ich muss gleich mal von hier oben von dem Schiff gucken. Vielleicht kann ich den Händler von hier sogar schon sehen. Im Prinzip bist du wieder auf derselben Stelle wie vorher, oder? Nee, diesmal ist das kein Wüstenbiom. Ah, okay. Oh, wie geil ist das denn? Da unten ist der Händler. Und da hinten ist eine Stadt. Oh. Also, du musst definitiv hierher kommen. Das ist, glaube ich, echt der perfekte Platz. Hm, aber die Nachricht ist da bleiben. Ja, ja. Wenn du denn... Wenn du hier bist, dann habe ich schon ganz viele schöne Sachen gefunden. Und kannst dir die Kisten dann mal angucken. Voll mit Loot. Aber ich habe keinen Platz mehr. Ah, das ist schlecht. Ah, ich habe mir zwei Kisten erstellt. Ne, drei Kisten sogar schon. Ich brauche gleich eine vierte. Pistole habe ich gefunden. Sehr schönes Aussagen hier. Woodpainting. Gebietschutzdings brauche ich eh nicht. Dann wäre es noch ein nächstes. So, das sieht auch gut aus. Vorschlaghammer. Rezept. Das sieht das. Gute Rezept, der Wurst. So, dann brauche ich noch mehr Kisten. Ja, du wirst die freischalten, gell? Hm? Freischalten musst du. Hm. Ja, ich habe gerade Bücher dafür gefunden. Oder Hefte, wie auch immer. So. Ach, Mist, das Holz habe ich rausgepackt. Ja, ich habe auch noch. Okay. Alles klar, Ghost. Dann viel Spaß beim Grinden. Hau rein. So. Okay, da gibt es so eine Christmas-Curry, eine Christmas-Tree mit Zickle. Cool. Sind da auch Geschenke drin? Keine Ahnung, ich mache mir gerade den Schlafsack. Hä? Wo ist denn... Hast du schon ein Klebeband gefunden? Äh, warte mal, ich gucke gleich mal eben. So einmal... Klebeband... Ne, Klebeband habe ich glaube ich tatsächlich noch nicht gefunden. So, Campfire herstellen. Campfire herstellen. So. Sehr gut. Also hier. Ja... Mhm. Ja... Mhm. So. Ich weiß nicht, wie viel Grace kommt, oder? Ja, gute Frage, Delta. Weiß ich gerade noch gar nicht so genau. Geplant ist noch nichts. Wie lange jetzt oder so? Aber ich denke mal, wir werden Seelig noch ein bisschen spielen, oder? Mhm. Ja. Ich hab's gehört. Ja, solange die Lütte nicht wach wird, hab ich auch Zeit und auch auf jeden Fall Bock. Also ich denke, es wird ein bisschen länger gehen heute. Ja, Alter. Ja, Alter. Oh, die muss ich um. Aua, au, 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 au. Nee, nicht gut, nicht gut. Geh weg. Wirst du? Nittig. Ah, war so eine Dicke. Aber ich blute. So. Die Beater. Ja, genau. Naja, von den drei hab ich noch mal noch einen gehabt und einen gefunden, wieder so ein Verband. Mhm. Ich hab auch schon ein paar ganz nette Sachen hier gefunden. Kann ich mich nicht beschweren, aktuell. Ja, 370 für immer. Dann ist das. Ufer. Mhm. Sehr gut, das haben wir schon mal. Ein paar Rotframs erstellen. Und eine Tür. Hm. Tür. Okay. Dad. Ja. Hm. Oh, da schnappern vier Reparatur-Kids. Das ist gut. Delta, wir haben ein neues Spiel gerade angefangen. Also das alte werde ich auf jeden Fall auch noch mal weiterspielen. Aber Rainer hat heute ein Spiel aufgemacht und da spielen wir jetzt zusammen so ein bisschen. Also das hier ist ein anderes Schiff. Es ist verwirrend, ich weiß. Aber zwei brennende Fester habe ich auch schon gehört. Oh, das ist gut. Und so ein Water-Parell. Empty. Ja, haben wir auf jeden Fall Licht. Wobei hier auf dem Schiff sind so viele Kerzen. Blackberry-Jews. Ja genau, der arme Steg muss warten. Der muss aber sowieso erstmal ein bisschen warten, weil ich mir nämlich eine Liste gemacht habe, jetzt erstmal, was ich so als erstes brauche in meinem Spiel dann später. Und das geht eigentlich, ich brauche auf jeden Fall eine Batterie, einen Motor und Benzin, damit ich das Minibike endlich mehr bauen kann. Das hat Priorität vor dem Steg. Ja und, 80. Da auch so habe ich auch schon. Hm. 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 So. Hm. Hm. So. Das ist wieder ein Stückchen, das ich da gelaufen bin. Ich markiere es da mal, dass du es auch siehst. Du, ich muss nicht sprechen. Ja, Delta, also zwischen dem, was auf dem Zettel steht und zwischen dem, was ich dann tatsächlich im Spiel mache, liegen auf jeden Fall Welten, definitiv. Das kann auch sein, dass ich nach zwei Minuten schon wieder was ganz anderes mache, aber ich versuche es jedenfalls. Man lässt sich ja so leicht ablenken bei Seven Days to Die, das ist ja echt der Wahnsinn. Also ich bin 1,1 Kilometer bis jetzt gelaufen. Ui, das ist ordentlich. Ich habe jetzt geteilt, wo ich gestartet habe. Ah, okay. Dass du zickst, siehst, wo ich bin. Oh, ich habe sogar ein Jagdgewehr jetzt auch schon gefunden. Ich habe keinen Kleber. Ja, Kleber habe ich drei Stück aktuell. Das bringt mir nicht zu viel, wenn ich ihn so auf innen Fuß habe. Ah, ne, richtig, das stimmt. Infektion, Immunitätsstufe 0, Beast Market. Alles. Oh, oh. Oh, oh. Wie 難ens mal falei, ich könnte ein Pfeller quaffen. Aber das weiß ich nicht. Ah, schade. Genau, Delta, ich spiele gerade mit Rainer zusammen und was kostet 7 Days to Die aktuell, weißt du das gerade, Rainer? Puh, ich kann ja nichts machen, was jemand nüsste, nachdem er da ist. Delta, guckst du uns eben kurz bei Steam einmal, mach einmal durchsuchen, gib 7 Days to Die ein, dann siehst du das, ich glaube, 14 Euro oder sowas kostet das aktuell? Äh, 22,99 Euro. Oh, okay. Ist gerade nicht im Sale, 22,99 Euro kostet das aktuell. Nicht, ja, wird Zeit. Ist aber auch bei Steam öfter mal im Angebot, dann kostet es halt nur 14, manchmal auch sogar nur, ich glaube, ich habe es mir damals für 7 oder für 9 geholt, da war das richtig reduziert. Ich glaube, 5,99 Euro war bei mir. Ja, oder sowas, das kann auch sein. Das war auf jeden Fall echt günstig. Hatten die gerade so Zombie-Wochen oder sowas bei Steam und da war das dann mein Angebot. Keine Ahnung, Video. Irgendwas war da ja. Ouh, Leblop. Unix Genau, Delta, das mach mal. Wie läuft denn bei dir, Subnautica? Macht noch Spaß? Oh, meine Axt ist kaputt. Nein, doch nicht jetzt. Ich will doch gerade Kisten aufbrechen. Mensch. Nein, ich will doch nicht aufbrechen. Der hat mich da entschappelt, da auch jemand. Und da siehst du, Delta, das hört sich doch gut an. Sehr schön. Ich denke, das ist nicht okay. Ja, du kannst ja aber auch andere Klassenquests aktivieren, ne? Dass du Marksman oder sowas. Ich habe jetzt Marksman drin, da musst du dann 15 Tiere töten. Das ist ein bisschen näher dran als das andere. Ich mache gerade Verbände neu. Nein, ich habe es nicht gelernt. Da habe ich extra mit dem Scheiß-Als-Noi-Beera-Dins da becremt gemacht. Jetzt kann ich keine Verbände machen. Ah, verdammt. Das kannst du sehr gerne mal machen, Delta, ja. Also ich weiß nicht, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis ich Subnautica irgendwann mal spielen werde. Wie der PC funktioniert richtig. Ja, erstmal brauche ich einen neuen PC dafür sowieso. Kurzbogen. Das ist gut, Ghost. Das war auch jetzt nur Vorsichtsmaßnahme. Nicht, dass du wieder anfängst, hier irgendwie rumzukicken, wild. Na, das hört sich aber gut an, Delta. Also erstmal die ganzen Dinger hier wegklopfen. Ich brauche einen Bergbauhelm. Ja, Bergbauhelm wäre echt richtig cool. Da würde ich mich auch nochmal sehr drüber freuen. Oh, scheiße, das falsche Zerschlagen. Ja, aber jetzt mein Ofen. Ich habe Weizen und dann siehst du es auch auf Yeast. Ja, das ist irgendwas zum Kochen, ne? Ja, da kannst du Teig machen. Was kannst du mit dem Ding machen? Ja. Flour. Oder Weizen. Mhm. Kann das nicht schon 4 Uhr sein? Ja, Delta, alles gut. Kein Stress. Ja, sonst kann ich... Ah, ich bin da nicht vergessen. Rainer, wo bist du eigentlich untergekommen? Hast du irgendwo ein Haus gefunden, oder? Naja, ich bin ja in der Haus drin. Mhm, okay. Ah, da wird der Gäste geliefert. Oh, da wird der Gäste geliefert. Oh, da ist ein Koffi in der Gäste geliefert. Oh, da ist ein Koffi in der Gäste geliefert. Okay, was ist das? Ja, Delta, wir haben jetzt aber heute, also das ist der erste Tag heute und wir versuchen gerade mehr oder weniger aufeinander zuzulaufen, sodass wir dann halt nachher dann auch zusammen hier wohnen. Und looten. Und zusammen looten. Und zusammen looten, genau. Und zusammen Zombies schnetzeln. Boah, ich muss erst einmal eine Axt schon wieder reparieren hier. Oh, warte mal, was habe ich da denn? Ein Benzinkanister. Schematik, sehr schön. Ich habe Kondome gefunden. Hehehe. So. Eisen, Holz, H. Ich war immer Squibb-Pestic und... Ich fertig, was? Achso, den Waratau. Okay. Doch, doch, Ghost, das geht. Ähm, wir spielen hier auch zusammen. Das ist ja Multiplayer. Aber wir sind halt noch ein bisschen auseinander. So, 1,9 Kilometer. Guck mal, ich bin hier auf der Karte und Rainer ist... Du wirst schräg auf. Da oben. Und da jetzt gerade Nacht ist, hat er sich halt in einem Haus versteckt und ich habe mich halt hier in dem Schiff versteckt. Ich musste halt nicht weit laufen. Ich bin gerade mal... Wie weit bin ich gelaufen aktuell? Okay. Zwei Kilometer. Wie du? Zwei. Hans-Germanns. Ja, ich musste von Zombies weglaufen. Hm. So. Achso, Subnautica meinst du? Das ist nur Singleplayer, okay. Na, da gibt es bestimmt auch Mods für oder sowas schon mittlerweile. Ist ja auch schon ein bisschen länger draußen. Weiß ich aber auch nicht genau. Zweck am 1 Kilometer muss ich noch. Hm. So, dass ich zum Tor wieder komme. So, es ist 4 Uhr. Da bleibt sich der Rainer wieder raus. Ne, da oben. Also, mein Trader ist hier gleich neben mir. Ja, zu denen laufe ich auch. Hm. Okay. Ja, perfekt. Oh. Was haben wir noch? Ne, Delta. Das ist immer so ein bisschen... Man spawnt halt unterschiedlich auf der Map. Und manchmal bist du halt näher dran. Dann hast du Glück. Und manchmal bist du halt richtig weit auseinander. Dann hast du halt ein bisschen Pech gehabt. Dann kannst du mir zeigen. Ich habe den Weg.g gezeigt. Wo ich gespawnt bin. Guck mal, und Rainer ist jetzt hier und er ist irgendwo... Längst weit da oben. Ich sehe den Punkt nicht auf der Map. Na, da habe ich ihn nicht geteilt. Warte. Alter. Oder das kann ja auch sein, dass der zu weit weg ist, dass ich den halt nicht auf der Karte sehe. Ach, genau. Ich muss schon wieder durchs Wasser. Alter. Alter. Wie geht das jetzt an? Ah. Ah. Das ist nicht so weit auseinander. So. So. So, Infektionsstufe 1 habe ich schon. Ja. Ähm, Ghost, die Kondome, die sind... Das sind wahrscheinlich Quest-Items. Da muss man nachher... Muss man... Glaube ich nicht. Mach mal auf. Mach mal auf. Geh auf die Kondome, nachher lässt du euch, was steht. Doch, da steht, if found, please return to some dick. Haha. Bei mir ist nur irgendwas... Der Kaffee Tannet, oder? Hm. Irgendwas glaubt man das Deko. Kann ich nur ein Funnel-Wass oder zerlegen. Kann auch sein. Ja, also manchmal findet man halt auch Quest-Items. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was das ist. Ich habe sie, glaube ich, auch zum ersten Mal gefunden jetzt hier. Oh, ich habe ein Zielfernrohr gefunden. Weiß. Wo kann man das denn draufbauen? Ist neidbar. Warte mal, ich habe hier doch ein Jagdgewehr, ne? Ne, da nicht. Schade. Remington? Ne, auch nicht. Schade. Kein Platz mehr. Oh. Zombie. Wo sehen? Genau, Ghost. Will der noch mehr, oder was? Oh, das ist ein schönes Anlesen. Oh, das ist ein schönes Anlesen. Ah, das kann man auf ne AK, auf ne Remington oder auf ne Sniper aufbauen. Mhm. Cool. Nein, du Kargeier, bleib weg von mir. Hm? Äh, ich glaube ich bin in einer Stadt. Okay. Weil du nicht so dick gemeint hast. Hm, ne, du bist in einer anderen Richtung. Okay. Die Stadt ist beim Trader, ungefähr. Genau, Delta. Hm? Ja, weil die soll glaube ich nicht mehr weg der Trader, hoffentlich. Genau, Delta. Das ist, äh, Open End. Irgendwie kann ich nix mehr benutzen. Meine Kisten nicht mehr. Was da los? Ja, ist so schön ein Bug. Campfire geht nicht mehr. Muss ich einmal neu starten, ne? Ja. Kurze Zeit machen wir da rein, wenn nicht Musik raus und dran. Ja, ich teste mal eben. So. So, verbinden. Immer durch die verbrannten Gebiete muss ich laufen. Oha. Dann sag ich jetzt schon mal toi toi toi. Okay. Haha. Und durchs Wasser. Das darf ich nicht vergessen. Mhm. Toei, der wird immer größer denn hier. Oha, das ist doch gut. Oha, das ist doch gut. Hm. 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 W-... Hm. die die das ist auch schneller machen den Ladenbildchen so da bin ich wieder teste ich doch mal aha geht wieder sehr schön ja das ist ein guter Pack was zu haben ich glaube da auch wenn du einen richtigen selber magst du auch die Bugs drinnen ja der Trader hat noch keine Dorf noch der später glaube ich erst ein 9 Euro der Trader öffnet glaube ich immer um 6 ja dann ist gut Gartenhacke ich brauche eine neue Kiste kacke ich habe 2 mit die werde ich wieder zerlegen dass ich mehr Platz bekomme ich habe schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück gebaut aber ich will diesmal gleich ein bisschen Übersicht haben und deshalb baue ich lieber ein paar mehr um halt die Sachen gleich ordentlich zu weg zu sortieren also du machst das Schilder oder ja oder das würde natürlich auch gehen so so habe ich noch in einem Kauftopf gefunden schon dreimal Kondome gefunden soll das ein Zeichen sein keine Ahnung da bist du als Frau unterwegs ja vielleicht wenn mir so eine Stripperin so eine Untote über den Weg läuft vielleicht darf sie ich weiß es nicht ach guck mal das kann ich ja lesen sehr schön ich muss sie fragen ob sie will ja wo habe ich denn die hä wo habe ich die denn hingepackt ach da da geht es nicht ich muss schon wieder durch so was da ist der Trader so das kann hier mit hin jetzt war er runter da ich bin beim Trader du bist beim Trader okay dann hast du noch einen anderen Trader ja bin ich bei einem anderen also der andere ist ungefähr wenn du auf die Karte guckst noch so ein bisschen ja wie gesagt östlich von mir aber nicht mehr wirklich viel so dann wollte ich nochmal hier oben auf die Masten raufklettern und gucken ob hier noch mehr Kisten sind also ist bei dir dann eh auch ein Trader oder was okay und weiteres müsstest du das sehen jetzt da also da stand auch du hast eine Markierung geteilt aber ich sehe nur deinen Pfeil ja wenn ich genau auf dem Dings drauf bin ja das kann natürlich sein kein Problem Delta genau also Seven Days to Die ist ein Open End Spiel wenn du möchtest kannst du ewig lange spielen du hast hier zwar so ein paar Quests irgendwann sind die vorbei diese Bilder also diese Klassenquests die sind irgendwann vorbei aber du findest zum Beispiel immer irgendwelche Schatzkarten oder du kannst irgendwelche Aufträge machen oder einfach nur bauen und spielen wie du möchtest so noch eine Waffenkiste Raketenwerfer Munition ja ich verkaufe ihm die Kisten pro Kisten bekomme ich 10 ja ist gut Hüllen nicht das Gehirn nicht und für den Indie bei greifen bekomme ich 274 Egal ich versuche jetzt mal die Wünsche noch Bilder kinken wollen wir mal weiter looten hier ist ja noch nicht fertig Pflanzenfasern raus schmissen warst du guten Pflanzenfasern doch Platz äh brauchen wir doch das Wort Barrel oder hast du jetzt was brauchen wir Wort Barrel ja auf jeden Fall mitnehmen ok hast du doch jetzt gehangen ne noch nicht ja genau Delta also am Anfang hast du wie gesagt diese Klassenziele und sowas aber danach kannst du also du kannst ja vorher auch schon spielen wie du möchtest kannst du bauen Zombies kloppen looten verkaufen Basis ausbauen und immer so weiter genau so sieht das aus so so das ist schon gut genau groß bluten kann man auch das aber hoffentlich lässt man lieber die Zombies bluten ich denke das ist sinnvoll ist schon mal wir haben Westbecher 2200 Coins ok so was brauchen wir gut ja die kannst du noch alles riegel ja die wir haben hier am Schiff eine ganz nette Bibliothek wenn die in ein paar Tagen wieder äh regeneriert dann kannst du da reingucken ich könnte ich könnte 90 Schießpulver kaufen das ist 1280 ja ich glaube aktuell weiß ich nicht ob wir das im Moment brauchen also ja nimm mal ruhig mit wenn du das Geld hast dann nimm das mal ruhig mit Schießpulver kann man später auf jeden Fall immer gebrauchen das ist gut ja kriegst du noch mal durch Federn brauchen wir nicht die sind das beim Re Delta bei den Zombies musst du ein bisschen unterscheiden also einmal gibt es ja die Zombies die halt so in der Welt spawnen alle paar Tage die bleiben eigentlich weitestgehend normal äh und dann gibt es ja die Horde Nacht Zombies und die werden halt von Horde Nacht zu Horde Nacht dann ein bisschen stärker ich darf uns mal was zum Essen ja Essen ist auch gut obwohl wenn ich hier gleich anfange das Schiff hinten zu looten den den haben wir glaube ich genug ne eh nur Goldport und einen Blauerkuchen das hört sich gut an Alter ist der bescheuert jetzt verkauft er den Minibeckreifen und 3738 hm ist ein Händler der muss ja Gewinn machen ja und ich bekomme 500 400 ja das Angebot und Nachfrage mhm ok dann kann ich mit dem Rest dahin gehöre das Schießpulver ah 40 hießpulver hört sich aus alter schwer ich hab hier so viele Bücher und Baupläne und so gefunden jetzt hab ich auch ein Wasserfass gefunden so irgendwo kloppen hier Zombies rum oh da fällt der Turm in sich zusammen das ist nicht gut oh oh warum was ist da los wer macht da warum und da vor 24 Messing und 19 geschmiedeter steil mhm das sag ich nicht nein rotflänke mit einem Schuss ok mh das ist eine gute Frage Ghost ich denke mal da war irgendwie ein Zombie vielleicht dran oder so ich weiß es nicht genau warum sonst so ein Schiffsmast auf einmal zusammenfällt alte Schwäche das kann natürlich sein so 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 Kann ich nicht mal mehr den Weiß mitnehmen, oder was? Doch. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, Delta. Stimmt. So, wo ist meine Essenskiste? So, wo bist du? Da drüben, okay. Ich habe mich hier verlassen. Jetzt habe ich nichts mehr zum Trinken. Oh, das ist nicht gut. Aber, lauf mal am Wasser vorbei und füll mal das Wasserfass. Dann können wir das hier oben gleich hinstellen und abkochen. Und ich habe noch über 40 Gläser. Achso. Ja, ich habe hier auch Gläser. Das reicht erstmal. Damit kommen wir klar. Ja. 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 Scheiß Zombie. Oh, ein Kleber. Achso, warte. Ich habe ein Yucca-Saat mit. Ja. 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 Ich habe hier schon wieder ein Wildschwein. Mhm. So. Hier hatten wir doch eine funktionierende. Vor allem das Geile ist, in dem Schiff hier ist schon eine funktionierende Bergbank. Ne. Die können wir uns dann sparen erstmal. Ja. 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 Da. Da ist Wasser. Also ich frage mich sowieso, was dein Schiff mitten in der Tiere macht. Ja. Das sollte normal im Wasser sein. Ja. Bisschen komisch ist das schon, aber hm. Ja, da ist wieder ein Endot. Wir gucken mal, Ghost. Oha, sind hier viele Zombies. Alter. Vier Stück auf'n Haufen. Noch ein Endot, okay. Na gut, wenn einer nach dem anderen kommt, geht das natürlich. Das ist ja wirklich. Ne, 24 Kilo Harry. Das ist ordentlich. Und das krass ist, sie kannst du alle mit dem Fass locker flockig füllen. Das ist natürlich geil. Oh, ich habe Klebeband gefunden. Brauchtest du noch, oder? Ne, ist nicht mehr. Wasser. Da kann ich das Fass noch füllen. Das wird das gleiche auch nicht. Das wird das gleiche auch nicht. So, ich werde jetzt gleich anfangen, den Essensfrachtraum des Schiffes zu looten. Mal gucken, was da zusammenkommt. Alter. Mal auf mich zu hauen hier. Spitz ja, ey. Voll auf die Glocke. Voll auf die Glocke. Dann wird eigentlich plötzlich mal das Schwein abgehauen. Oh, da ist. So weit weg. Soll ich nach links laufen oder nach rechts laufen? Ach so, ich habe keinen Platz, ich bin ja schon wieder voll. Dann solltest du vielleicht erst herkommen und bestimmt was loswerden. Ghost, das bekommst du, wenn du Toiletten durchsuchst. Was, die menschliche Scheiße? Ja. Kann aber was ihm bevogeln ist da noch. Ja? Okay. Ich habe noch gar nicht auf die Karte geguckt. mehr nicht ganz der Erdraub ist ein Stück weiter das ist ja du dabei laufen ja ich plüttende aber gerade noch das Schiff ui da ist Nitrat ich nehme schnell das Nitrat mit ja alles mit dem was geht alles mit dem was geht so ja aber erst musst du deinen Inventar in deinem Inventar Platz machen ja ja das ist ein Inventar im Zaun bei Delta sind bald schon wieder Schulferien oder was geht da ja und bei uns ist nächste Woche ja er schreibt auch gerade eine Woche noch Schule dann bin ich immer dabei also für zwei Wochen wir haben nächste Woche schulfreie also die Kinder haben schulfreie wenn man so und der Chef da ist mit den Kindern Skifahren und ich darf arbeiten ich gebe das mal rein ich gebe das mal rein ich gebe das mal rein was brauche ich eigentlich hierfür Eisen Eisen Ah Mist brauche ich erst ein Rezept für ja was brauchst du ein Rezept um den Knüppel zu reparieren um den Knüppel zu reparieren und ich bin bei einem Schiff und ich bin bei einem Schiff soll ich mal anklopfen naja wo ist denn da rein wenn er da mach doch wenn du dich traust soll ich mal anklopfen hallo guten Tag gespürt 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 mach mal alles auf hier wo kommt denn da der Ständer her äh der vordere Schiffsmast ist zusammengefallen warum auch immer so jetzt kannst du ja ich habe ein Rezept dabei jetzt kann ich da rein gehen die beiden Kisten die über dem Feuer hängen da sind die sind für Lebensmittel und so ok so äh geschmiedenen Stahl soll ich auch da reingehen gleich mhm ich glaube die mittlere Kiste von den 5 da habe ich äh Materialien und sowas drin ach scheiße ich habe die Axt weg ich habe die Axt oben gelassen ich troddel ich glaube äh so wo habe ich die Axt hin gelegt ich habe die Axt hin gelegt äh oder hast du Honig auch schon äh also alles das was jetzt in den Kisten ist das habe ich glaube ich hier so auf dem Schiff gefunden ok dann nehme ich mal der Antibiotika das kannst du machen der Waffen gefunden hat ja ja ich sag ja so ein Schiff ist die Reine von Grubel und ich bin hier noch lange nicht durch äh ja was ist das Winterferien ah Winterferien wir haben bald Frühling auf dem ersten Ferien man dann aber nicht Winterferien haha so äh so äh 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 kocht davon menschliche Scheiße ok ja ich habe das alles noch nicht so geordnet ich habe erstmal nur gelootet und dass man so ein eine grobe Übersicht hat wo was ist äh die Heilsachen gibst du wohin? ähm die Heilsachen sind in einer der fünf Kisten ziemlich rechts irgendwo vorletzte glaube ich achso ja den habe ich halt nicht ausgenommen weiß nicht die alte alte Vera Sam also Blinken und die Creme Rem mhm ist deine Forge auch in der Nähe oder? äh Forge habe ich noch nicht aber die würde ich auf die andere Seite von der Tür machen also links von der Tür also da wo das Campfire ist auf die andere Seite quasi in die Ecke so wie im Einzelspiel denn naja moin moin Mark das ist doch nicht schlimm feiern geht vor hast du Spaß gehabt? oh ich muss gleich essen und trinken so ich mach mal 24 Wasser ja das ist eine gute Idee ok hast du das Fass gefüllt? mhm gut dann musst du das in die Tool Battle Leiste packen und dann am besten irgendwo nähe Campfire stellen und wenn du das platziert hast dann nimmst du die Gläser in die Hand und dann kannst du die da dran füllen mhm also das nicht hinkesetzt hätte das im Block da ja ging ja jetzt vielleicht hm ah ja ja das genau leider sieht man nicht wo man das platziert das ist ein bisschen doof mhm wenn ich es gut hätte ich es gedreht hm so jetzt habe ich alle Steine wieder weg genommen ok dann brauche ich gleich einmal du musst einmal die Axt reparieren naja genau das habe ich auch vorher reparieren und jetzt wieder da rein ich baue mir einfach gleich noch eine zweite ha so alt ist wieder Essen ohne Ende gefunden hier so wir können noch einen Stuhl Stuhl kannst du mit äh Navigungs Feuer gegeben ja genau oder Eisen habe ich noch mittlere Kiste ja mittlere Kiste achso siehst du ich wollte auch noch was trinken und essen beides nur noch auf 10% das ist ein bisschen wenig drei Schienen könnte ich machen ja ja mach mal weiß nicht mach mal mach mal mach mal drei ja genau so Messing kommt auch hinter mit haben wir gesagt so warte ich habe noch einen neuen Weißkolben mit halt so auf jeden Fall noch mal dann jetzt ist das ich muss gleich erstmal hier ein bisschen ein paar Skillpunkte verteilen Dass ich nicht mehr so schnell Hunger und Durst habe, das ist auf jeden Fall, glaube ich, echt sinnvoll. So, guck mal. Repair-Kids hast du noch nicht gehabt, gell? Nee. Gut, dann gebe ich es auf der Rechtsrennung zu der Waffe. Mhm, okay. Federn in der Mitte oder woanders hin? So, die Schraubenfedern. Hm? Die Schraubenfedern, also von Auto. Ähm, gute Frage. Zweite Kiste von links, da hast du allgemein Zeug drin zum... Okay. Hab den Kleiner rein. Hast du auch eine Kiste für Verkaufen? Ja, die steht einzeln da, wenn du die Treppe leider runtergehst. Okay, dann bin ich richtig. Kannst mal gucken, da sind auch noch ein, zwei Rezepte drin, vielleicht kannst du die lesen. Mhm, ich weiß nicht, so. Marc, hattet ihr Fasching oder sowas in der Art oder einfach nur so verkleidet? So, kommen sie beide lesen. Ja, sehr gut. So, ja, falsch. Kiel ist... Ah, ich hab 15 Kiel ist. Ich mach mal Farming. Ja, Farming ist immer gut. Ähm, was muss ich da skillen, wenn man Durst und Essen? Ähm, das ist auf der ersten Seite gleich. Warte mal, das heißt... Wie heißt das noch? Das Kamel? Ja, und der Überlebende, genau, die beiden. Und Love Forest. Genau, das hab ich auch genommen. Ja, kann ich leider nicht. Das ist mein Endpunkt. Ja, aber später dann. Aber ist auf jeden Fall erstmal sinnvoll, sowas zu nehmen. Ja, ich kann nicht mal den Portal... ...und Pestle. Hm. Na gut, müssen wir halt noch ein bisschen warten. Gesundheit fix kann ich auch nicht. Wo willst du das dir? Kann ich auch nicht. Okay, dann... Wo gehört noch gelootet, oder? Also du kannst nochmal ganz unten gucken. Da war ich bisher noch nicht. Äh, wie kann ich da ganz unten hin? Warte mal, wo bist du gerade? Am Arsch. Lauf mal... Komm mal zu mir. Äh, warte mal. Äh, bist du da unten? Ja. Hallo? Also in das Haus rein? Ja, hier, genau. Hier runter. Ah, okay. Und dann gehst du die Treppe hier runter, dann bist du ganz unten. Da kannst du mal gucken, was es noch so gibt. Ich mach hier fertig und dann komm ich dazu. Eventuell sind da noch Zombies, ich weiß nicht. Äh, ich glaube, Zombies bei dir, hä? Ja. Der ist noch in der Toilette drin, hier hinter mir. Delta fragt, ob du aus der Schweiz kommst, Rainer. Nee, Österreich. 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 Aber Delta, du warst relativ dicht dran. Ist ja nicht weit auseinander. Genau. So, dann kümmern wir uns mal um den letzten Zombie hier. Gucken. Boah, auch noch ein dicker. Ey, ey, ey. Aua, aua. Er hat einen Stunt. Oder geht's? Nee, noch geht's, glaube ich. Ja. Alles im Griff. Okay. Er liegt am Boden. Und ich klopke drauf. Nicht mal Loot drin, du. Ich mach das, was ich am besten kann. Oh, ein Meini-Hilm. Jetzt seh ich wenigstens fast. Oh, du glücklicher. Ah, ist ja gleich viel besser. Mist, wär ich bloß nach unten gegangen noch. Ja, vielleicht fängt ich noch ein. Ja. So kann ich eigentlich auch ein Wasserfass an einem Wasserfass füllen? Mal gucken. Wäre nicht, die aber auch jetzt gefunden. Schade. Was hast du gefunden? Ein Wasserfass. Hm. So. Cotton, Kaffee, Alivera-Samen. Okay. So, das haben wir. Packen wir hier mal. Ach, Quatsch. Aha. Ah, das ist ein Gefängnis. Was ist das denn? Ja, das war nur das Ende. Aha. Ich hab mich erstmal panisch umgeguckt, weil ich nicht wusste, kann das Geräusch nicht zuordnen. Hm, Compound-Bogen gefunden. Geil. Tja. Mit Glückwünsche. So. Reparieren. Oh, die Äxte gehen aber echt schnell kaputt, ne? Ich brauch unbedingt hier Werkzeug. Werkzeug-Schmied. Nicht nur du, meine Schmiede kaputt. Hm. Ja, jetzt hab ich keine Steine mit. Da eh sein. So. Ich mach hier oben erstmal Platz. Hast du Steine mit? Nee, ich bin gerade oben und hau hier die Überreste kaputt. Aber jetzt finde ich ja runter. Ansonsten macht die Schilder mit Pfeilen, die kannst du an die Wand kleben. So. Siehste, da haben wir hier doch schon mal wieder ein bisschen Platz, sehr schön. Ich nehm nochmal die Hälfte mit. Wer weiß. Weil ich barriere. Delta schreibt gerade, sein Cousin lebt in der Schweiz und er hat einen ähnlichen Akzent wie du. Jo, das sind ziemlich gleich. Hm. So, gut. Du kommst da unten ja bestimmt klar, ne? Hm, bei mir ist doch die Hose. Gut. Dann werde ich was trinken, dann hacke ich schon mal ein bisschen Holz. Geht's noch ein bisschen weiter runter oder ist das das Letzte? Wie bitte? Geht's da noch weiter runter oder ist das schon ganz tief? Nee, also wenn du da unten bist, dann geht's nicht weiter. So, Flasche Wasser. Wie lange brauchen wir? 2, 10. Ah, die lohnt sich das noch nicht. So, Trübes Wasser. Ah, 20 davon. Sehr schön. Das müsste jetzt aber passen, oder? Guck mal. 3, 20. Oh, perfekt. So, neues Wasser kocht. Ich trinke erstmal einen Schluck. Das brauchst du. Und, 19, 20. Sie sind draußen, sind Zermbe. Hessen. Ah, sehr schön. So. 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 Ja, Delta, das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite muss man manchmal auch zweimal hinhören, um dann die Leute verstehen, wenn sie so einen Akzent haben. Ja, das Hochdeutschkei ist gar nicht so gut. Macht ja auch nichts. Ist schon schwierig, weil mit Deutschland telefonieren muss bei der Arbeit aus. Ist aber wichtig dann Bayern. Oh ja. Ich meine, mit Bayern geht es ja noch. Da kann ich mich verständigen. Ja, Maiko Sander wurde im Allgäu und wenn der richtig loslegt da mit seinem Dialekt, dann all der Schwede. Das hat auch Probleme. Ja. Außer gleich schon wieder Arben, Mensch. Na, wenn ich bin ich schon da. Ja, immerhin. Und noch ein Mining-Helm. Ey, sehr gut. Und... 6 Wettverdukits? Okay. Das ist gut. Alles was wir finden, brauchen wir nicht herstellen. Das ist auch super. Oh, nicht stark da, okay. Ja, davon habe ich auch schon irgendwo einen geparkt. Zwei Baumsamen. Geil. Gleich wieder einpflanzen. Sehr schön. So. Dann lagen wir noch den Baum hier klein. Der sieht auch schön groß aus. Mhm. Das wird jetzt lange dauern. Das aufkloppen. Was klopfst du denn auf? Äh, die Gefängniszelle. Auch, ja. Da sieht die Klo kommen. Die hat mir nur 8.000. Mhm. Ja, sonst warte bis, äh, bis wir Eisen, ähm, Geräte herstellen können. Mit der Pickaxe geht das schneller. Ehm, ja. Der ist ja weg. Wir schauen einfach nur das hoch. Mhm. Kann ich das gar nicht auffüllen, das Fass mit Fass? Wie bitte? Kann ich das gar nicht auffüllen, das Fass mit Fass? Ähm, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Das Wasserfass. Ja. Kann ich nicht auffüllen. Nee, nee, das geht nicht. Man muss ein Wasserfass wirklich an einem See oder so auffüllen. Warte, ich habe das für dich. Ja, danke. Sehr gut, was bräuchte ich dafür? Geschmiedetes Eisen zum Reparieren. Na gut. Oh, geil. Jetzt siehst du was. Sehr schön. Schade, dass ich nur vier Punkte habe. Sollen wir uns ein bisschen mit Farming und Werkzeugschmied zum Beispiel absprechen, dass ich erst das eine und du das andere machst? Können wir machen, ja. Was möchtest du gerne zuerst haben? Also ich habe schon Farming gelernt, also... Achso, okay, gut. Dann mache ich Werkzeugschmied. Dafür habe ich nämlich noch Punkte. Scrapped Plastik. Sollen wir das hier. Ja. Plastik ist hier in der zweiten von links. Leber. Plastik. Papier. Das ist auch da wieder eine. Holzfenster. Ja. Das ist auch da. Das ist auch da. Wie viel Scheiße hast du da drüben gehört? Wir haben kein Brennstürf mehr, kein Brenn. Futsch. ich habe vergessen dass man irgendwann halt und stützpfeiler einbauen sollte damit die sachen nicht herunterfallen das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus ne delta ich arbeite nicht am wochenende also ich kann mir das sogar aussuchen wann und wie ich arbeite generell das ist eigentlich ganz cool weil du kannst ja sagen zum beispiel auch ich möchte jetzt die kinder nur von montags bis donnerstags betreuen zum beispiel das ding ist natürlich je mehr zeiten du anbietest desto mehr interessenten hast du dann nachher ja wahrscheinlich so ich habe halt meine betreuung aktuell von montags bis freitags von 8 uhr von 8 uhr 30 bis 15 uhr und es gibt aber auch als tagespflegepersonen die arbeiten zum beispiel auch samstag sonntag und an feiertagen und sowas mache ich aber aktuell nicht so was habe ich hier noch sehr gut so holz gibt es gleich wieder zurück habe ich mir einmal rausgenommen gut wenn der nächste tag angebrochen ist dann werde ich weiter holz sammeln gehen hier in der ganz rechten kiste ist auch sonst eine gartenhacke schon drinnen falls du es mit bett ich habe doch gerne eine hand wieder hand wieder ja die sind cool schnell gas zu löschen beeren aus gras kleiner dusche zu ernten aha ok heute kann man nachher beeren ja genau den kannst du mir sonst mal mitgeben weil wenn ich nachher holz hacken gehe dann kann ich da auch gleich ein bisschen so ich will mal eben gucken was ich jetzt hier für eine steinachse herstellen kann ob die schon bessere qualität hat ich kann 50er steinachse herstellen jetzt sehr gut ich habe noch immer dieselbe ich werfe dir meine hin unterlege ich die eine ja das auch einen besseren holzbogen schon machen ne das geht unter waffenschmied das habe ich noch nicht geskillt ok waffenschmied so haben wir honig ja sehr gut essen habt nämlich eine infektion so sehr gut ja hab ich auch schon hinter mir schnell noch was trinken sehr gut so sieht es fein aus ja delta sonst würde ich sagen geht es mir soweit ganz gut ist gerade wochenende und äh ja entspannung so ein bisschen jedenfalls solange die lütte schläft so pass mal auf aber ich mache uns was geübtes goldenrot du hast du noch das holz entstecken oder ja warte gib sofort zurück also warte mal jetzt ist es hier drinnen so ich habe es zurück gepackt neun zwölf minuten ok goldenrot das glaube ich besser als wasser nur der wird doch nicht äh ne tür mhm so sehr schön alles klar delta bis gleich ja sehr schön stein gleich gleich da durch das ist ein stein ne 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 na das ist auch stein oh moin moin beacon einen wunderschönen guten abend beacon beacon hast du die version 5.2.3 dann könntest du nämlich aktuell noch ein bisschen mitspielen wenn du Lust hast nein nur wenn sie will nur wenn sie will ja nur wenn sie will genau ach sorry wenn sie macht nix kann man ja nicht wissen ne ne so so im blick habe ich ja viele Frames gemacht ja das sieht schon gut aus sehr schön aber mit dem ersten holz habe ich gleich 59 Frames gemacht mhm ja optimal und von hier waren auch welche da noch so gab es sind noch zu oder ja hier habe ich ein Loch gelassen da bauen wir eine Leiter hin dass wir auch hoch können da oder was wo du jetzt hast ja wo das Loch drin ist hier ja das ist mein Loch ah da ok das da mach mal zu genau und hier aber in die Ecke unter der Kiste da kommt die Forge hin da so mhm dann lass ich mhm das so genau und ich würd sagen den nehmen wir raus da kommen Fenster rein damit wir ein bisschen Licht hier drin haben da kann ich zumachen den einen da kann ich zumachen den einen mhm das müssen wir da zumachen da für eine Lücke gelassen ich habe irgendwo ein Fenster hingelegt ja genau ja genau ich würd das längste aber wenn du da unten hinsetzen so ich guck mal ob ich Stacheldraht herstellen kann du meinst so oder was Moment Moment mein Spiel hängt gerade ja genau das sieht auch gut aus mein herziges Schänster ja macht ja nichts das sieht auch auf jeden Fall schon mal gut aus hier geht's mich genau aus ja hier geht's sich genau aus Der wer? Oh, der ist auch interessant. Den hast du wahrscheinlich, als du gerade den Stein kaputt geklopft hast. Ah, das kann möglich sein, ja. Aber ich habe drei Heutballen gemacht, ne? Hm, auch gut. Wann hast du nicht die Tüte genommen, was du hast? Nee, die ist für später. Okay. So. Ich hasse Leitern. Aber wenn erst mal da unten gleich ein Heutballen liegt, dann nicht mehr. Nee, dann nicht mehr, aber jetzt muss ich mal runterkommen. Das ist eine gute Frage, Beacon. Ich weiß gar nicht, seit wann es die Version gibt, aber scheint er ja auch nicht so lange draußen zu sein. 20.01. glaube ich, ist bei Nexus drin gestanden. 20.01. ist ja doch schon ein bisschen dann her. Ja, so lange ist er auch noch nicht. Das ist ja noch zu Wasser drin. Plastik da in Dragice drin, okay. Da haben wir ein Wasserfass. Da haben wir ein Wasserfass. Da haben wir ein Wasserfass. Ja, deshalb wäre das, also deshalb sammle ich auch, wenn der neue Tag antricht, ganz viel Holz, dass wir das hier zumachen können, dann frieren wir auch nicht mehr. Mhm. Aber so lange, ja, sonst müssen wir das Feuer anmachen. Das stelle ich neben das Feuer. Das wärmt. Aber nicht so weit. Nee, genau. Und 12 Teefühlen macht uns jetzt voll. Ich hab' endlich noch kein T-Shirt gefunden. Die Hose wärmt ein Grad und die Schuhe auch ein Grad. Mein T-Shirt hat, mein T-Shirt hat eine Wärmedämmung von minus 3. Ich glaube, in der Händlerkiste ist sonst noch ein Tanktop drin. Vielleicht willst du das ja anziehen. Ich denke, das ist ein Nummer. Ah, plus 3 Grad auf einmal. Ah, siehst du, das ist doch super. Moin Mario, einen wunderschönen guten Abend. Achso, warte, ich hab' ja hier irgendein Rezept gelernt. Was ist das mit dem Leder-Ding oder so? Ja, nochmal. Wer ist denn? Leidung. Leder-Trost-Panzer kann ich machen. Okay, das kann ich nicht machen. Mario, hast du Steam? Okay, das ist das mit dem Leder-Ding oder so? Wer wird denn nur minus 6 Grad? Hm. Ich hab' ... was hab' ich denn? Wo seh' ich denn das noch? Äh, muss auf deinen Charakter gehen. Fühlt sich an wie 9,5 hab' ich aktuell. Ne, da geht's auf das Schwert und nachher steht wie ein Bedämmung. Hä, wo geh' ich, wo muss ich draufklicken? Äh ... Achso, auf die Hose oder irgendeinem. Ja, genau. Ja, ich hab' nur ein T-Shirt und das hat minus 3. Hose hab' ich noch nicht. Ne, warte mal, ich geb' dir einfach mal... Das ist die ... Die Paypal-Adresse. Daran kannst du das sonst ... Äh, schicken, machen. Wie auch immer. So, auf 4 Uhr. Dann müsste ich jetzt schon mal wieder runtergehen können, ne? Hm. Na. Oh Gott, das wird dir auch nicht so richtig, ne? Ne. Oh, das ist aber schlecht. Oh, das ist nicht, ne? Dann müssen wir die sonst ein weiter nach hinten setzen. Nein! So, wir setzen die jetzt ein weiter nach hinten. Hast du noch ne Schaufel? Ne Schaufel? Äh, ja. Soll wir die eins reingeben? Jetzt können wir mich wieder heilen. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch... ...für die Räubern ein bisschen... ...zweimal Stacheldraht. Hm, Schaufel. Da haben wir die Schaufel. Soll ich die hier hinwerfen? Ja. Ich hab mir ne Schaufel schon... ...und zurück. Oh, mit dem Ding geht das aber echt schnell. Alles klar, Mario, das mach mal. So. Ups. Was hast du gemacht? Nix. Was denn? Oh, nein. Oh, nein. Die Leiter ist weg. Oh, Mann. Ja, müssen wir Bootframes hinbauen. Wow, mit dem Handweeder hier geht das aber richtig fix. Das Ding ist ja richtig cool. Oh, ich hab sogar Bären gefunden hier. Ja, ich stehe da drin. Blackberries. Cool. So, wo haben wir denn größere Bäume hier? Ja. So. So. So, hast du noch Roadframes? Nee. Okay. So, Moment. Sorry, ich glaube, die 6 sind genügend, oder? Ja, und leider noch. Mal gucken. Oh. Holz mit. Ja, 2 Holz. Ja, ich habe... Wie viele brauche ich? 1, 2, 3, 4, leider. Gut. So, ich mache mal nur 3 hin, dann kommen die Zombies nicht hoch. Das ist vielleicht clever, oder? Dann nochmal 1, 2, 3... 1, 2, 3... Up. Roadframes. Ah, funktioniert? Ähm, glaube ich, ich mag noch. Sehr gut dazu. Ah, sehr schön. So, und nochmal 3 Leitern. Toll, jetzt habe ich das ganze Holz, was ich für oben gehackt habe hier. Mann, 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 Mann. Naja. So, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Und jetzt muss ich ja noch die unteren beiden, äh, Woodframes hier auch noch ausfüllen gleich. Sonst sind die ja 1 Hit weg. Und dann kommen wir nicht mehr hoch. Wäre schlecht. Oh, Heidelbeeren. Oh, wir sind auch schon. Möchtest du eigentlich das Beet oben auf dem Schiff haben, oder möchtest du das unten haben? Möchtest du, glaube ich, oben. Hm. Dann könntest du ja auch langsam schon mal anfangen, hier Erde zu sammeln und das umzubauen. Mhm. Dass wir dann nämlich die, oder dass du dann schon mal die Black, äh, die Heidelbeeren anfießen kannst. Und was kann man noch? Goldruten-Tee. Ah, ja. Willkommen zurück, Mark. Alles gut. Ich hoffe mal, das klärt sich dann im Laufe des Abends wieder. Ja. Mit 180 ins Wochenende gehen, das ist, glaube ich, nicht so cool. Oh. Oh. Kommt hier hin? Kommt noch mehr? Ja. Ein paar noch. Hammer. Was für Hilfe geht es? Ah, noch geht das. Der erste Schlag hat nur natürlich gleich eine Blutung ausgelöst. Jetzt muss ich einmal, so. Uh, da kommt der Spuker. Oh, wo kommt der denn her? Aber der hat uns nicht gesehen, der läuft weiter. Oh, da oben kommt eine ganze Menge. Oh, das sind drei. Lebt er noch? Nee. So. Ein Stück zurück. Nicht, dass die uns sehen. Oh, wo kommt die denn alle her? Keine Ahnung, wir haben uns sicher schon gesehen. Nee. Nein. Ich gehe mal da raus. Na ja. Ah, scheiße. Ja, ich komme nicht hoch. Richtig nicht drackend, was ist. Das Problem kenne ich, Marc. Natürlich nicht gesehen. Der Spuker. Nee, ich glaube, die laufen weiter. Nee, ich glaube, die laufen weiter. Mhm. Ah, schade. Gegenstand muss repariert werden. Hm. Brauchen wir eine Forge bald. So, jetzt geht's. Also, Beacon, Rainer hat sich den Mod, glaube ich, über Nexus-Mod geholt und ich über 7daystodie.com direkt. Und genau, ich glaube, weil wir in der Nähe vom Schiff sind, da spawnen halt stärkere Zombies, weil das so ein, ja, Spawn-Point ist dafür, sag ich mal. Möglich. Ja, auch das glaube ich dir gerne, Marc. Wieso komme ich mir jetzt nicht hoch? Ah, doch jetzt, Sascha. So springen. Naja. So. Also, den Heidelbeeren kann ich ja nicht. Ja. Nee, da muss ich noch irgendwas machen. Genau, den Murtar. Murtar und Pestel, ja. So, wir gucken erst mal. Stacheldraht. Mhm. Da bin ich schon drin gestanden. Hm. So, erst mal zwei. Das muss ich glaube ich noch kraften vorher. Noch ein, den bauen wir ab. Ach nee, den bauen wir da nicht ab, oder? Ja. So, jetzt treffe ich den nicht. Nein, ich möchte da rechts gehen. Mhm. Lieber nicht. Nee. Der was, das Kurs, der da ist. So kann ich da keinem bauen. Kacke. Na gut, dann kommst du da hin. So. Was hab ich an Holz? 400. Ah, das ist noch nicht so viel. Naja, richtig, Marc. Seven Dester, da ist da eine gute Ablenkung. Definitiv. Mach ich auch immer so. Cotton Seed bis dahin. Wie bitte? Cotton Seed. Ähm, Marc meinst du? Nee, du hast Cotton Seed gesammelt. Ach, Cotton Seed, ja. Brauchen wir ja nicht. Für Verbände kann man das ganz gut brauchen. Na, Cotton Seed kann. Kann in die Heilungskiste. Und, so kann ich es eben auch. Dein war hin. Oder Papier. Aber es ist ja. So, und wo ist durch mit dem? Bierkleber. Ich habe das Rezept dazu nicht gelernt. Für was? Für den Modator. Das musst du über einen Skilltree lernen. Was brauchen wir hier? Weiß nicht, 3-4 Punkte oder sowas? Mortar & Pestle. Fünf Punkte brauchst du. Es gehört Plastik. Das zeige ich alle. Passt. Benutzt du den Bogen oft? Also soll ich Waffenschmied denn auch noch lernen? Oder? Wie du willst. Gut, das werde ich dann auf jeden Fall später machen. Weil im Moment, wir haben ja auch erstmal ein paar Waffen da. Guck mal noch mal das Knüppel her. Kann mal das Knüppeln. So. So. Aber wie viel Leder haben wir eigentlich? Und haben wir schon kurze Eisenrohre? Nee, schade. Nee, die möchte ich alle liegen lassen. Gut. Gut. Das stimmt, ich war ja dabei, Bäume zu fällen. Hm. Hat sich zumindest froh. Hm, bevor die Horde da ankam. Habe ich so. So, wenn du. Willkommen zurück, Delta. Willkommen zurück, Delta. Ge käytt Macha Ha Ha. Pffft Du willst. Hjas, das ist dabei. Wenn dir das ist. Danke. Ja, habe ich hier raisện. So. Ja, wenn wir geschmiedetes Eisen hätten, wäre es schon richtig cool. Dann könnte man Sachen reparieren. Bessere Sachen herstellen. Ich habe leider nur Stein gewunden. Ja, ist auch schon nicht schlecht. Wir haben mal das Beet angesäht. Sehr schön. Und jetzt müssen wir nur gucken, ob wir vielleicht noch irgendwo eine Kartoffel finden oder vielleicht beim Händler sogar. Weil wenn wir erstmal Kartoffelproduktion laufen haben, dann haben wir ausgesorgt. Wie kann ich die Kiste komplett drehen? Also nicht nur im Kreis? Da musst du die Taste R etwas länger drücken und dann hast du mehrere Auswahlmöglichkeiten. Oh, scheiße. Da habe ich es wieder hingesetzt. Oh, keine Ausdauer mehr. Nein. 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 Für das, was wir um 10 Uhr angefangen haben zum Spielen. Also es können maximal 8 Leute sind eingestellt spielen. Wenn wer mitspielen will. Ich glaube, der Beacon fragt gerade, welche Mods sie runterladen soll. Aber ich glaube, das ist die richtige. Ja, die V5.2.3, also V5.2.3, B11, B111, ja irgendwas genau. Da sind wieder keine Steine. Oh, da kommen schon wieder ganz viele Zombies an. Diesmal aus Nordosten ungefähr, mit Cops und so dabei. Laufen sie zurück. Ja, wahrscheinlich. Ja, der Cop läuft weiter, mein Knüppel ist leider nicht mehr so geil. Nur noch 10 Haltbarkeit. Ach, dafür brauche ich nur Eisen. Ach, ich brauchte dafür einen Rest. Ja. Einen Skillpunkt. Dingens. Und ich habe gerade meine Axt zerlegt, statt zu reparieren. So, bauen wir jetzt erstmal einen Holzknüppel. Mist. Da können wir wieder eine Axt. Meine Axt. Oh, warte, was habe ich jetzt gemacht? Ah, ich habe noch einen hergestellt. Wesen Schaden 17, aber das ist gar nicht schlecht. Der Holzknüppel macht 17 Wesen Schaden. Das ist super. Wirklich, ob die Jagd gehen oder was? Ja, jedenfalls die hier. Hier läuft nur einer hier vorne rum. Der Polen läuft durch den Norden. Da, der kommt. So. Kann ich erst mal bei der Holzhacken gehen hier? Ja, und der Bulle kommt Richtung uns. Er hat gejagt. Ja. Okay, der hier ist down. Sehr gut. Er ist tot. Bewegen Sie sich nicht mehr? Nee. Er hat zwei Kopfschüsse von meiner Flinte bekommen. Es hat gereicht. Sehr gut. Ja, Delta, ich merke das schon, ne? Immer hin und her, das ist ja ein bisschen nervig. Also für dich jetzt, mich stürzt nicht. Kannst du mir eine Steinachse machen? Ja. Ja. Natürlich. Wenn du so lieb fragst. Warte mal, habe ich alles? Nee, warte mal. Ich brauche mal einmal. Das brauche ich, das brauche ich. Jetzt müsste das klappen. Mal gucken, ja. Da. 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 Da ist sie. Mhm. Das tut scheiße. Oh, guck mal, hier steht eine Krankenschwester in der Baum und versteckt sich. Ja. Aua. Dann kommt noch hin und kurz, hinten her. Mhm. Uh, was ist jetzt denn los hier? Und jetzt noch länger. Mhm. Delta, hast du vielleicht schon mal versucht, deinen Router zu resetten? Vielleicht... ...liegt das aber... Vielleicht liegt das auch. Vielleicht liegt das daran. Also... Da sollten wir auch gehen noch schneller. Ja, ich muss erst mal gucken, dass ich mich ein bisschen... Was muss ich denn machen überhaupt? Ich brauche eine... First Aid Bandage brauche ich erstmal den Skill. Ah, drei Punkte. Na gut. Nützt ja nix. So, das kann da ein. Spiritus. Holz. So. Nee, da. Ich habe jetzt oben meine Keys senken gemacht für... ...da. Alles. Ja, das ist gut. So. So. Na ja, siehst du, ich wollte mir den... ...hammer mal hier rausholen und unser Dach so langsam mal bauen. So. Wenn wir gerade dort sind. Hä, da ist ja nicht er. here.... ...welle房. So. 3 Likes. Ja, nur nicht daneben springen. Das wäre nicht gut. Ein bisschen weiter muss ich es vielleicht noch machen. Puh dititititit. Wenn du nicht so gut zielen kannst, auf jeden Fall, ja. Überhaupt nicht so nachher noch hängen, dann bleibst du auf der Scheiße. Leider. Ja, dann kann ich nicht mitnehmen können, aber egal. Ja, dann kann ich nicht mitnehmen. Jetzt, googeln jetzt. Die übersiehst du ganz leicht da auf der Schrägen. Ach so, zu der Höhle könnte man noch gehen, was ich gefunden hatte. Ja, das stimmt. 14.535 Coins, 7 Silvern Nuggets, 8 Gold Nuggets und irgendwas mit Cash war noch dabei. Ja, sehr gut. Jetzt wird man noch einmal zu Dining Troll wieder gehen. Mhm. Probieren wir das wieder leer. Boah. Woher hat der Schiss irgendetwas? Oh, da gibt's einen Quellerrand da, okay. 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 Das ist jetzt nie erraten, was ich gerade gefunden habe. Bestimmt ein Buch für Minibikes. Nö, Erdfuhrer. Hm. 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 Ja, das habe ich auch schon. Das hast du schon. So eine Rezepte findet man hier im Schiff ja ganz viele. So, wir stellen ein paar Bäume fällen. Ja, alles klar, wir können testen mal vielleicht bis gleich. Da hast du auch schon Motorsäge gefunden. Ja, sehr gut. Brauchen wir nur noch eine Quelle für Benzin. Eine Quelle hätten wir ja, aber wir brauchen nur was anderes. Hm. Hm. Dackel-Drahtknüppel. Oh, sehr gut. Ah, Mist. Ja, das ist ein Schiff. Und das sind ein Schiff. Und das ist ein Schiff. Und das ist ein Schiff. Und das ist ein Schiff. Ich glaube ich brauche echt mal warme Kleidung, ich friere schon wieder, das gibt es gar nicht. Ich habe Schieben gerade momentan. Hose, ich baue mir mal eine Pflanzenfaserhose. Das müsste ja gehen. Kettensägeteile habe ich auch freigeschalten, okay. Habe ich auch ein Rezept gefunden. Für was? Kettensägeteile. Ah, Kettensägeteile, sehr gut. Oder ist das automatisch dabei, das kann sein. Oder ist das, was ich zumal. Und das ist zumal. Vogelnest Brauchst du wahrscheinlich für Pfeile ganz gerne, ne? Wäre nicht, vielleicht Ich halte die Augen offen Also wenn du auch nachher noch im späteren Spiel gerne mit Bogen oder mit Armbrust spielst dann gibt es für dich glaube ich auch einen ganz netten Skill, der heißt Bird's Nest Farming oder so Trotzdem schlägt mich im Nachhinein nichts mit Ja Delta gar kein Stress, alles gut, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und wahrscheinlich dann bis morgen, hau rein Wo sind deine Kondome? Ich hab die Stripperin Die Kondome sind leider in der Basis, im Schiff So ein Ärger Untote Stripperin Aber Bogen scheint irgendwas noch nicht zu klappen Sie ist bisher noch nicht da Mal gucken, ob sie sich ja gleich nochmal meldet Sollen wir das denn so machen, dass einer immer zum Händler geht? Weil wäre ja Quatsch, wenn wir jetzt beide unseren Bartering Skill versuchen hochzukriegen Das wird dann ja länger dauern, bis wir beide gute Preise haben Dass vielleicht erstmal einer das macht Bist du dann wirst, glaube ich, oder? Ich denke auch, ja Du musst so einmal noch zu dem hingehen, oder? Du hast doch noch nicht den Trailer Ich, ne, ich musste sowieso noch hin, ja Ich musste ja auch nur hinlaufen, ich musste ja nix kaufen oder verkaufen Ne, ich hab was verkauft, wenn ich keinen Platz hatte Achso, wo bist du nun gerade unterwegs? Ich bin ein bisschen hinter dem Schiff und hakte Holz Vielleicht hätte ich da zum anderen Struck gelaufen Ne Wir müssen ja erstmal unser Dach über dem Kopf fertig kriegen Und wieder keine Erreichung Ich gebe das Ja, wir müssen ja so Based on das mache Ja, ich bin so ein bisschen Wie sind die durchaus auch noch Wie sind die St sondern hier, wenn ich uns da Ja? Ja, ich bin so ein bisschen Ich weiß nicht, was sie... Ach ja, ich hab ein Licht. Ich hab keinen Platz mehr. Ich glaube, dass dein Haus bist voll. Ja, das ist leider mit dem kleinen Rucksack echt doof. Also, kein ist er auch nicht mehr. Im Prinzip ist er schon groß. Gingst du zum Originalen? Wie, du hast einen großen Rucksack. Oh nein, ist er. Achso, das ist ein kleiner, okay. Ja. So, abgesehen der Schrittfremde hab ich gefunden. Alles gut. Eine Pistole. Äh, no, no. Ja, sehr schön biegen. Dann, ja, vielleicht bis gleich. Genau, da musst du auf den... Äh, drauf gehen. Und das geheime Passwort ist 1234. Das ist sehr geheime. Ja. Also, nicht weiter verraten, bitte. Das bekommst du ja Probleme. Mhm, mhm, mhm. Jo, dann teste mal. Vielleicht bis gleich. So, Dach ist fertig. Sehr schön. Wo soll ich das Haus holen? Ich gehe im Mikal zu ihm geben. Oh. Was machst du denn da? Äh, eine Kiste macht zu. Oh, nee, sowas aber auch. So. Ups, jetzt hab ich den Rahmen abgenommen. Hm. Da, da willst du die, die Forge instellen. Genau. Dann schmeck ich dir gleich alles da rein. Was, was Forge und so weiter betrifft, bearbeiten. So. Jetzt ist mal wieder hinten in den Rahmen. Äh, äh. Okay, zum Bau, da muss ich es da rein geben. Okay, da fehlt noch ein Woodframe. Fertigen. Und da hinten. Und da hinten. Und da hinten. Und da hinten. Drei Türen. Drei Türen. Drei Türen. Drei Türen. Drei Türen. Ja. Sehr gut. So, ich baue jetzt die Türen ein, ne? Mhm. Juhu. Sehr schön. Du kannst ruhig mit uns reden, oder? Da ist es TeamSpeak hat. Ja, ich frag sie mal. Vielleicht ist sie auch noch ein bisschen schüchtern. Kann nicht schüchtern sein. Oh, steine rein. Oh, steine rein. so dann gucke ich mal eben nach der ip haben wir sie denn so unser kleines biet ja sehr schön ich habe noch zwei eier es wird ein bisschen schwierig werden so holzfossen mal gucken mal gucken mal gucken mal gucken mal gucken mal gucken Ach, ich müsste nur nach Süden runterlaufen, dann kann sie sogar einen Job mitnehmen, aber sie sollte sich lieber ein Haus suchen, momentan. Der hat sich recht. Hallo. Tschüss. Guten Abend. Juhu. Schön, jetzt ist es kurz vor 8. Hast du mit dieser Mod schon gespielt? Nur mit der anderen Mod, wo auch der Tim mitgespielt hat. Welche andere? Also die 5.2 bin ich jetzt aktuell am Spielen, aber die 5.2.3 eben noch nicht. Also im Prinzip dasselbe, also mit der Box hinstellen, aufsammeln, hinstellen, nachher aufkloppen. Wenn ich ankomme. 3,1 Kilometer. Jaja, klar. Ich werde erstmal in meiner Safe-Zone bleiben. Mhm. Da kannst du sogar zum Dwarb laufen, nachher. Ja. Warte gucken. Es sind sieben Stunden, glaube ich, ne? Die man sicher ist gegen Ingame-Stunden. Oh. Gute Frage, wie ich das eingestellt habe. Ich habe nicht drauf gepasst. Ich glaube, das ist automatisch, ne? Nee, kannst du einstellen. Kann man auch einstellen. Du, Flanz, die obere Kiste nimm mal weg, oder? Die obere Kiste da, da kannst du zumachen. So wie da. Die habe ich. Momentan. Nee, nur die Kiste da oben. Nur die Kiste da oben. Ja, dass du da drin brauchen kannst. Ja, dass... Es warm bleibt. Was? Ja, ja, das war der Schutz, ne? Hast du noch Frems? Hm. Ja. Ja. So. Und da kommt ja die Fortschäne. Also da kann ich einen. Okay, muss ich noch zwei machen. Nee. Sehr gut. Mit dem verstehe ich mich. Meine Freundin... Meine Freundin hast das auch. Mhm. Naja. Naja. Nordisches Gesocks. Nein, das ist nicht böse. Soll dir schön ausschauen. Kann das sein, dass wir jetzt ziemlich über das Land verstreut sind? Äh... Bitte. Rainer... Rainer... Rainer hört sich sehr südlich. Ach, aus Österreicher. Sehr südlich, ja. Was ist denn das für ein Schreier? Ja. Wieso nicht? Da bin ich doch direkt bei einer Nitrat-Höhle gespawnt. Praktisch. Wo sind die? Okay. Warte, ich komme. Oh. War ich so die Zweiter? Oder will's? Er kommt da so Mini-Horden oder was habe ich vorhin gesehen immer? Habe ich... Habe ich seinen Kopf jetzt zersprengt? Anstrengend. Ich weiß es. Oder nicht. Ja gut, das stimmt. Na, niemand auch nicht. Hm. Zweimal Sarah? Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Zum Glück war da noch ein Herzschlag. Mhm. Alter, wie willst du an Berlin-Tauschern? Ja. Ich überlege noch gerade, ob ich mich auf den Baum verschanze. Oder... Ob ich mich da in die Höhle... Ah, ich gehe in die Höhle. Ist einfacher. Ein paar Holzrahmen hervor. Die eine Leute müssen wir wegnehmen. Die Tür öffnen, das habe ich zumachen müssen. Ja, 26 Grad. Ja, die Tür öffnen, das habe ich zumachen müssen. Ich brauche alles. Momentan. Ich barrikadiere mich gerade. Da mache ich mir ein paar Klamotten. Da mache ich mir ein paar Klamotten. ein paar Klamotten. Ok. Klappe zu. Ich habe eine Klappe reingesetzt. 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 Was eine richtig tolle Option wäre, wenn man eine Taschenlampe zur Seite legen könnte und die dann auch Licht spinnet. Das wäre toll. Genau. Das wäre toll. Ich habe eine Klappe reingesetzt. 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 Ich werde eine Klappe reingesetzt. machen schlafsack ist in der höhle bringe ich mit schlafsack ist in der höhle schlafsack ist in der höhle schlafsack schlafsack Okay. 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 Ich mach uns mal Teig. Hm. Unbedingt. Ist das egal. Hauptsache gut. Nichts geht über AK. Das ist AK und Scharfschützengewehr. Lieb ich. Gespickter Knöppel ist auch nicht zu verachten. Ja, das hab ich gesehen. Ich hatte mal im Kreativmodus... ...habe ich mal eine PvP-Arena gemacht. Und ähm... ...eigentlich wollten wir zu viert da mal rein. Aber nachher waren es dann doch nur zwei die... ...da war ich mit meinem Bruder drin. Und auf jeden Fall haben wir dann eine Runde mit Donnerbüchsen gespielt. Es war so lustig. Wir haben uns so kaputt gelacht. Einfach weil... ...wenn man angeschossen wird davon... ...kriegt man erstmal für kurze Zeit ein gebrochenes Bein. So. Dann hat einer den anderen angeschossen... ...und er... ...nein, nein, nicht schießen! Ich hab ein gebrochenes Bein. Eine Andriana. Und? Ja. Sehr lustig war das. Kartoffeln haben wir noch nicht, gell? Heidelbeeren sind dann wachsen. Kann ich nur, ob wir Kuchen machen. Hast du schon Erde? Hast du schon die Erde geholt oder? Im Wald des Boden. Ähm... Ich habe jetzt 309 Lehm. Da ist noch 8 Churchfunk-Ment drinnen. Hier oben. Ich habe jetzt immer gebraucht, da ist noch was drinnen, gell? Äh... 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 Warte mal. Blubbeeren... Wo ich es an dem Korn sieht, könnte ich auch machen. Donner-Büchsen-Munition kann ich auch machen. Also einen Kochpott habt ihr. Ja. Ja. Sehr gut. So, ich kann im Prinzip alle... Dann mache ich mal... Hm... Seite... Wie viel? 3.000? Kann ich Apfelsidot machen? Ups... Schauen wir mal. Rezepte. Dann mache ich mal... Kornseed. 11 Stück. Rezept... Appleseed. Äh... Kann ich nicht machen. Okay. Warte mal... Blueberry Seeds. Warte mal... Blueberry Seeds. Ja, was brauche ich da, sagst du? Verbesser das Farming? Ja, ich höre schon Wölfe. Hm. Ja, ich bin ja wieder drin. Ich bin ja am Kloppen. Am Steine-Kloppen. Ich habe noch 9. Ich frage ich euch jetzt, ob wir durch Love Forest. Warte kann ich hier Sprit Level 10. Erst 8 Bandagen kaufen. Jetzt kann ich den Erste Hilfe-Verband machen. Falsch. Okay, jetzt wäre... Jetzt ist oben meine Schonfrist vorbei, das höre ich. Ja. Ich habe noch keine Fehler und ich habe noch gar nichts. Ja, sicher. Also... Es sei denn, es ist anders eingestellt. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Okay. Dann werde ich mich mal auf die Reise begeben. Ich bin gar nicht da. 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 Erstmal von dem Wolf weg. Das ist mir das Wichtigste. Ah! Natürlich. Über der Bergkuppe ist der Schwarze Wolf. Natürlich. Geh nochmal, oder? Also bitte nicht böse sein, wenn ich zwischendurch mal ausfällige Töne mache. Ja. Es ist nach 22 Uhr. Na ja, ich wollte jetzt nicht so böse Wörter in den Mund nehmen. Aber ich könnte manchmal, ja, ein bisschen lauter sein oder so. Ja. Dann drehe ich dich leise. Das war meine erste Krankenschwester. Ja. Laubst du zum Torp, oder soll ich drüber laufen? Oder du die Killer-Lady hinlaufen? Also. Ich hab die, ähm, asiatische Stadt entdeckt, da vorne. Auf dem Weg zu euch. Na ja, Nähe. Definiert Nähe. Das ist wohl wahr. Ja. Und da oben ist es. Ja, sicher. Ja, ich wirst leider schon die Reisen verkaufen. Guck mal, wurden Vogelnässe rausgepatcht? Oder warum möchte ich keine? Oh, da ist eins. Entschuldigung. Du musst nur jammern. Ja, genau. Ich werde jetzt noch mehr jammern. Genau. Oh, eine 600er. Huch. Ich hab nichts gesagt. Na ja, einmal Honig habe ich jedenfalls schon. Also das mit den Vogelnestern, ja? Das ist hier wirklich sehr wenig. Hey. Du Scheißviech. Oh. Rucksack. Bumm. Wögen. Es ist hier. Wie ist denn, wie ist der Vogeln wieder? Okay. Hm, was ist das denn für ein Gebäude? Oh, das ist die Stadt, okay. Ganz herz aller Liebes. Ich freue mich, dass ich in dem Spiel bin. Wow, okay. Zeig es nicht, dass du ein bisschen Wasser, na klar. Okay. Wie soll ich da wieder... Wie soll ich da runterkommen und runterfallen? Komm, gib mir dein Leder-Poncho. Ja super, jetzt muss ich durchs Schneegebiet laufen. Und ich schwimme mal zum Tor rüber. Kommen denn auch schon irgendwelche Ferals mit in einer Horde? Nur ein Bench-Bucker. Nur Polizisten, ja. Genau. Gibt ja auch nichts Schlimmeres. Haben sie auch. Waren's, ne? Die ganz normalen gibt's gar nicht mehr, oder? Ja. Ja, die verstrahlt. Ja. Ach, echt? Ah, so. Oh. Ich bin jetzt übernach verstrahlt. Mach mir keine Angst. Waren weiß ich, wenn ich bin tot bin? Waren weiß ich, wenn ich bin tot bin? Da hin? Ja, okay. Hä? Wurde ich nicht so tot? Ja, okay. Wie soll ich das mit der Luft ausgehen? Was ist das denn für einer? Verdammt, 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 lassen Sie rauf, lassen Sie rauf. Okay, ich bin weg. Ich ja trinke, dann lass mich rauf fahren. Ne, ciao, tschüss. Will nichts damit zu tun haben. Also den kann ich nicht holen, sonst trinke ich. Ja, jetzt ist mein Inventar voll, ich sehe den Airdrop jetzt. Aber mein Inventar ist tatsächlich jetzt so voll. Das werde ich nicht riskieren. Ne, und ist ja auch markiert zum Glück. Jetzt muss ich durch einen riesigen See schwimmen. Ne, ne, ich hab's außen rum, bleibt so. Ich laufe jetzt nicht außen rum, das ist viel zu kalt, da erfriere ich. Waren Minus 23 Grad? Nein. Prostig. Super. Wo ist jetzt der Hirsch hingefrogen? Super. Wo ist jetzt der Hirsch hingefrogen? Ja. Da, wie kann ich da wieder was? Da, wie kann ich da wieder was? Da, wie kann ich da wieder was? Da. Ja, da,ANG. Hat jemand schon mal ausprobiert im Wasser ein Lagerfeuer zu entzünden? Nein Ist mir gerade eingefallen, das müsste man mal ausprobieren Das wäre lustig Ich habe ein V昨em rausgefahren Ich habe ein V昨em rausgefahren Ich habe ein Flasch Ich habe ein V昨em rausgefahren Ich würde mich wohl 400er bis zu einem V昨em rausgefahren Ich bin gespannt, ob die Kiste nach hinten da oben. Da oben auf dem Berg sehe ich ein Schiff, aber das weiß ich nicht. Seid ihr das schon? Wenn du ein Schiff sehst, schon. Ja gut, es gibt ja mehrere. Ja, okay. Da müssen wir schauen, ob der grüne Punkt von ihm größer wird. Der blaue war eben größer, jetzt sind beide wieder kleiner. Okay, womit bist du blau? Also bei mir ist Tim grün, denke ich mal. Oder wer ist nicht zu Hause? Ich? Ja. Dann ist reiner blau, ja. Oh, sie sind da, welche Horde. Ja, jetzt wird größer, ja. Ja. Ja, dann läuft sich nicht in die Stacheln rein, ihr Idioten. Bei euch in der Nähe, ganz in der Nähe ein Händler. Oder ist das... Ah ja. Auch auf dem Berg. Ah so, meine... Ah, meine habe ich bewusst nicht gelesen. Lass mich, lass mich, lass mich. Warte mal noch, mit an Land kommen wir. Bist du noch da irgendwo? Friends? Ist du irgendwo da? Ja. Ich glaube hier, wir da noch ein paar Mal aus. Ich kenne mich. Ja, das ist das nicht. was habt ihr für welche und holzfelder jetzt kann ich da wieder zurück wo war die Scheiße? da ist es nur ein Schaf drinnen das habe ich nie mehr erwartet was hast du gemacht? ich bin zwei Ball falsches jetzt ich bin zwei Ball Vielen Dank. Ich bin an Land. Ich bin an Land. Oh, bei dem Zombie stimmt aber die Textur nicht, oder? Ich, äh, au. Boah, was hat der in dem Bereichweite, scheiße. Entschuldigung. Das haben wir ja gesagt, die haben ja eine extreme Reichweite. So, hat ihm nichts gebracht, er ist trotzdem tot. Also war er es vorher schon, aber gut, jetzt kann ich ihn nicht mal looten, der hat einen Silbernugget dabei. Leicht, ja. Ich schmeiß ihm das weg, was du nicht brauchst. Ja, das ist das. Nicht unbedingt immer. Haben wir schon eine Kiste für Gewand? Mega. Für Gewand. Ich habe ein Logo mit bloß 6 gehabt. Also eine mittlere Kiste. Moin. Oh ja. Ja. Man hat ja immer so seine eigene Ordnung, ne? Ach. Wir sind ja erst bei Tag 4, oder schon, besser gesagt. Ja. 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 Ich habe jetzt erst nämlich die Trader-Quest gelesen, deswegen habe ich jetzt den nebenan den Trader. Genau. Ich kann auch noch, ich habe auch noch Pfeile. Ich kann auch noch mal Pfeile. Wo denn? Heck. Ach ja, das sind ja Heubeiden. Na, wie praktisch. Ja, stopp, steil. Ach, da hinten, da hinten, hau. So läuft er. Na, hier wird nichts kaputt gemacht. Und hier halte ich mich jetzt fern, du Freund. Ja, bei mir ist bei dem die Textur nicht richtig, also bei ihm fehlt der Hintern und der Oberschenkel. Er ist also Alienware. Alienware. Na, was ist jetzt? Oh, der hat Angst vor dir. Das ist richtig. Au, jetzt aber. Oh, Sonnenbrille. Und eine Stählende Feuerhaxt. Das hat sich doch gelohnt. Und der nächste Tor. Logisch. Ja, super. Da habe ich auch noch eine Infektion. Blöht man da. Hier den Honig. Hey, nur noch bei der Tür zu. Ähm, ich? Gewohnheitsmäßig. Da habe ich meinen Honig. Essen, trinken, leere Glaskrüge. Also. Ah ja. Sehr gut. Das heißt, Goldenrod, Flower und sowas auch dort hinein. Weil man daraus... Genau, okay. So. Grosanthemen und Goldenrod habe ich halt mitgebracht noch. Mhm. Ein bisschen Eier waren noch dabei. Ähm, Baumsamen, Ahornsamen oder Kifersamen sammelt ihr die? Mhm. Oder wo die Würmer sind? Mhm. Ja, ähm, mit Silber, mit Gold kann man ja was machen. Mit Silber nicht, ne? Ja, verkaufen kannst du was. Oh, oh, da ist auch Rezept. Achso, ähm, Amor, also Rüstung. Ne. Habt ihr denn eine Händlerkiste? Ja, da ist er. Achso. Ja, um die Ecke. Mhm. Ne, ist leer. Ich hab nur eine Gartenhacke aus Eisen. Die kannst du mir geben. Ja. Weiß. Den Lehm packe ich in die Kiste, wo auch Stein und Pflanzenfaser drin ist, ja? Äh, da könntest du, weißt du, links hingehen, wo die Fortschnache hinkommt. Äh, äh, wo, wo? Äh, warte, ich kann runter. Da hinten die Ecke. Ach, hier, in diese. Hm, alles versteckt. Ja. Naja, ich bin halt die Neue hier, ne? Ne, mich bist du auch immer noch suchen. Eisenbruchstücke... Gut 40 immerhin. So. Laufsack, äh, draußen. Ne, momentan liegt er noch draußen. Ja. Ich hab ihn auch irgendwo im Gehorten. Hm, hm, hm. Dann ist ja klar, wer das Sagen hat, ne? Hm, hm. Was blöd ist, wenn ich aufhängt, ihr könnt ja nichts spielen. Naja, es ist ja ganz gut, wenn die verteilt auf dem Schiff sind, weil ich weiß nicht, das ist ja so groß. Ähm, kann es da nicht sein, dass die dann doch noch in einer anderen Ecke wieder spawnen? Okay. So, Pilze. Sieben Pilze immerhin. Ich will mein Leben. Ich bin noch am Sortieren. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn alles ungeordnet ist und man nichts mehr findet. Hm. Hm. Es gibt es noch nichts Schlimmeres, als es eines Ungeordnets-Glosers nicht ist. Hm. 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 In den mechanischen Teilen pack ich da, wo auch Scrap-Plastik ist, oder? Ja, in der Teilekiste. Also alles, was du einspilzen kannst? Das ist hinten genau, wo die Schmiede hinkommt. Genau. So, ihr habt jetzt Car-Radio, dann Coffee-Muck und dieses ganze Zeug, diese kosmetischen Sachen. Die habt ihr jetzt alle da, wo auch die Schusswaffen drin sind. Hm. Weil die ist nämlich voll. Hast du aber in alle nicht aufgeschlossen. Das ist, wenn man meistens alleine spielt. Tja. Völlig außer Puste und am Frieren. Hier reden wir noch. So. Oh, das habe ich gar nicht... Ich bin ja ganz aufgeregt. Ich habe einen langen Bogen gefunden. Okay, der macht aber nicht besseren Schaden. Aber ich sehe so einen langen Bogen. Eine stärkere und bessere Version des Bogens kann nur durch die Survivalist Class oder in Loot gefunden... Hä? Oder gefunden in Loot gefertigt werden. Okay. Die ist aber nicht besser. Also mein 25er Holzbogen macht 41 Wesensschaden und der langen Bogen 37. Obwohl das ein 34er Langbogen ist und ich habe einen 25er Holzbogen. Hm. Ganz kaputt ist er nicht. Ich kann ihn natürlich jetzt nicht reparieren, aber da fehlt so viel nicht. Mach mal das mal bei die Schusswaffen rein. Da könnt ihr euch den auch anschauen. So, wenn ich jetzt mit der Sterlinnen Feuerachs gegen den Baum haue, dann bin ich doch sofort außer Puste, oder? Ich werde mal ganz oben links noch Sachen reinpacken, die ist ja noch leer, die ich jetzt akut nicht brauche. Ist das in Ordnung? So. Ja. Ja, ist schon wieder da der Tür hängen geblieben. Oh, nee. Oh, ich habe fünf kann ich machen, okay. Mit dem Boden. Ich habe schon eine Forge hätten. Woran hängt es jetzt noch? Okay. Ja, ich habe da einen Hirscher liegt, da er so verschwunden in Wasser. Ja, wollen wir mal schauen. Vielleicht findet man ja was. Ich habe beim Manninghain gleich was. Ja, ich habe da. Ja, das ist ja wirklich direkt hier nebenan. Na ja, dann schließe ich das auch mal ab. Ja, das kann sein, dass bei ihr was besser als gibt. Oder das andere ist halt nur so. Ach, das ist tatsächlich unterschiedlich? Mhm. Nee, ich habe jetzt nichts mit, aber... Ja, nehmt mit. So viel. Ich weiß, ist das dann gleich? Nee, es kann sein, dass es anders ist. Okay. 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 So, sieben Dörg, 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 Dörg. So, sieben Dörg, 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 Dörg. Dein Zoll ist es, dass es sich tranken und sich dann stellen wir das an. Und dann habe ich alles angesetzt. Und dann habe ich schon alles angesetzt. Bitte, das steht mir vor uns. Auf 13 Böden? 12 fragst du 7 Pferde liegt nach oben Ne 21 dann habe ich ja alles angesehen was ich habe ja wieder kaputt hast du Steine mit? Steine 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 er hat einen funktionierenden Chemie Tisch ist was Steine einen funktionierenden Chemie Tisch hatte der Händler ne ne hier bei ihm auf dem Gelände das heißt das ist natürlich perfekt ist was Steine noch oder leer? bitte war was Steinen oder leer? ne ne funktioniert noch ne was Steinen war war Händler ja da ist er leer da kein Tisch ne wenn er funktioniert dann ist ja nichts drin ähm muss nicht nur direkt sein also die ähm Schmiede die hier steht die ist kaputt und da habe ich reingeschaut das war aber leider leer Zementmischer ist 72 Zement drin joh 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 Ich weiß gar nicht, was ich eingestellt habe, irgendwelche Zombies, bei der Hurden-Nacht. Ich glaube 8 pro Spieler, glaube ich. Standard dann, ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, aus Versehen, 8x8, oh. Soll ich mal nach den beiden Airdrops gucken, oder zumindest nach einem? Ja, der eine ist im Wasser und der zweite... Oder habt ihr schon Quality Joe irgendwie belevelt? Also bei der ersten Mal genug drinnen. Das ist ein Glückspreffer. Da läuft wieder mit einem Buch herum. Das ist nicht. Oh, der ist ein Hirsch. Das ist ein Ausgangspunkt. Das ist ein Ausgangspunkt. Ich kann es noch nicht lesen, den kannst du nur zerlegen. A Fit Stick, A Fit Magazine, please return to us, wirklich. Yes. So, Rekette Knochenklinge. Nee, 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 das ist mein Hirsch. Oh. Oh. Dreimal Klebeband hat die Krankenschwester dabei, hm. Und die verstorbene Frau hat tatsächlich zwei militärische Faser mit? Oh. Ne, oder nicht? Ich frag gar nicht. Das hier war schlimm und musste alle Hosen sehen. Und die Krankenschwestern hat den Patienten im Mund zugeklebt, damit sie nicht schreien. So, da krieg ich alles ein, die ich sehe. Ein Handreader und noch zwei Klebebande, eines läuft. In der Rechten kannst du vergessen, den Verpress unter Wasser. Kann es sein, dass der eine Airdrop im Wasser ist? Mhm. Okay. 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 Das ist zu tief. Ja, da brauchen wir ein bisschen mehr Ausdauer dann. Ja, da brauchen wir ein bisschen mehr Ausdauer. Wow, da waren gute Sachen drin. Ich bring's euch nach Hause. Ich will erst mal zu, dass ich zurückkomme. Das war leicht deinem. Kommt du mit. Das war leicht deinem. Das war leicht deinem. Okay. Level 6 Beerevogelnässe sollten verboten werden. Achso, ja. Willkommen zurück, Ghost. So. Also du kannst auch stark davon ausgehen, dass wenn Rainer irgendwo vor dir war, dass alle Vogelnester leer sind. Der braucht ihn nämlich auch. Ich doch nicht. Und direkt neben dem Schiff ist ein Vogelnest, wollt ihr, dass nicht gelootet ist? Ernsthaft? Was? Ja, wie ich noch nicht gewesen bin. Was sagt er jetzt? Machst du dir irgendwer Rüstung? Nee. Rüstung Schmied oder irgend so was? Nee. Da hab ich bisher noch nicht so viel mitgemacht. Ich hab meistens Feuerwaffenschmied gemacht und Wissenschaft. Oh. Darum hab ich noch nicht so viel gearbeitet. Also. Ich hab mal in die mittlere Kiste gemacht, was da im Airdrop war. In die mittlere? Mittlere, obere Kiste. Okay, ich hab jetzt Klaub, Amor. Schön, schön. Schön, schön. Schön, Minibike-Teile. Sehr gut. So. So. Ich hab noch sechs, ähm, hier heute. Das ist gut. Gut, die können hier unten zweite von, ne, hä, wo ist denn das Leder hin? Brauchen wir irgendwas, sind die warmt. Irgendwas an was? Warte mal, wo sind die Tiere heute? Wo kommen die hin? Ja, ich dachte eigentlich zweite von links unten. Zur Schmiede oder vielleicht in den Blasebike? Ja. Hm. Also vorher war das Leder in der zweiten, äh, unten links. Ach so, da hat Rainer gerade. Ach so. Dann lege ich meine sechs, äh, Tiere heute noch da rein. Ja. Wir hatten das nämlich, das mach ich jetzt immer gerne in Kisten, weil das ist jetzt tatsächlich zweimal passiert in unserem Privatspiel, ähm, dass Sachen tatsächlich verschwunden sind. Hm. Oh, das ist nicht gut. Ne. Oder irgendwer genommen hat einfach. Na, wir waren ja nur zu zweit, also. Ja, so. So, ja. Ja, aber Flens macht ja, äh, was macht der Flens? Hm, was mit mir? Ja. Werkzeugschmied magst du und Waffenschmied, gell? Äh, ich hab aktuell Werkzeugschmied und, äh, glaub ich sonst weiter noch nichts. Hm. Kannst du noch weiter skillen, oder? Ja, ich guck gleich mal. Ich pflanze grad Bäume ein. Also vielleicht, ähm, bahnt ihr mich nicht so sehr mit ein, weil ich weiß eben nicht, ob ich jedes Mal so dabei sein kann. Ja. Ja, wenn du da bist, bist du da. Aber wenn ich da bin, dann schaffe ich Zeug ran, sofern ich kann. Ja. Kein Stress, würd ich sagen, ne? Ja. Weil wenn man jetzt, äh, das aufteilt mit den Skillpunkten, ne? Ja, da hinten. Ähm, das wär dann halt jetzt blöd, wenn ich dann irgendwas jetzt skillen würde und bin dann nicht da, ne? Ja, das stimmt. Nee, kannst du so nur ein Buch nehmen, also. So, vier Fleisch hat's noch gegeben. Ja, stimmt, Ghost. Mittlerweile ist es, äh, drei Mann Apokalypse. Oder zwei Mann eine Frau Apokalypse. So. Was haltet ihr davon, wenn ich das Zinkpuder mit in die, ähm, Medizinkiste packe? Äh, Zinkpuder kann ich irgendwas machen, glaub ich. Weil Zink, äh, macht man nämlich Hauptbestandteil bei der Herstellung von Vitaminen. Ja, dann macht das Sinn. Irgendwas kannst du, glaub ich, noch machen. Jo, danke, Ghost. Dann, äh, schlaf gut und vielleicht bis zum Morgen, ne? Ach, dieses Mossy Blue auch, aber dann sonst die Vitamine A bis D und die normalen Vitamine. Ja. Mossy Blue ist tatsächlich auch frei. Ja, pack's trotzdem da mit rein. Mhm. Das passt schon. Ich dachte, du hast alles gelootert. Wo denn? Äh, hier. Im Schiff? Mhm. Dachte ich eigentlich auch. Mhm. Ich hab gerade, äh, 13 x Millimeter und hab 14 plus noch gefunden. Hm. Und ein Tresor. Ach so, in der Kapitänskajüte. Ja, stimmt. Da hinten war ich noch nicht ganz durch. Ne, oben bei den Schlafzimmer oder was du siehst. Mhm. Genau. Warst du nicht da oben? Ne, da war ich noch nicht. Okay, jetzt muss ich wieder alles machen. Nee. Wieso hast du eigentlich schon so ne Maske? Ähm, die hab ich hier im Schiff gefunden, in der Kiste drin. Ja, gefunden. Hm, geklaut. Irgendwo geklaut hat er die. Neen Banditen hab ich die abgenommen. Mhm. So. So, was brauchst du denn für Werkzeuge? Rainer? Äh, wie gut kannst du denn schon craften? Mhm. Also ich hab's jetzt auf Stufe 2. Ich glaub das ist dann 100. Ja, dann alles. Mhm. Also Axt und Schaufel. Mhm. Und Hammer. Ne, Hammer brauchst du wahrscheinlich nicht so ne? Ne, brauchst du nicht so oft. Wenn wir den Tuch der Inder aufwärzen. Dann wird den Tuch der Inder aufwärzen. Die sind unten in der mittleren Kiste drin. Mhm. Das könnte ich mir hier stellen, oder? Ja, hab ich schon. Papier lege ich auch mit in die Waffenkiste, ja? Ja. Ja. Oh, wir haben ja eine Werkbank. Damit müsste... Wir haben ja eine Werkbank. Damit müsste ich ja die Sache noch viel besser, äh, verbessern können. Das müsste ich mal verwerten können, ja? Das teste ich mal. Mhm. Vielen Dank. So, ich lege dir die Sachen hier vorne hin. Ist noch nicht die Welt, aber schon mal besser als vorher. Ein wenig ist besser. So, lassen. So, ich bin jetzt diese Küste. Nein. Nein. Ja. Ja. Oh, sehr gut, das kenne ich noch nicht. Danke. Ja, das habe ich schon gefunden gehabt. Ja, da habe ich ja Glück gehabt. Hm. Ja, da habe ich ja Glück gehabt. Ja, da habe ich ja Glück gehabt. Ja. 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 Wir müssen noch Spiders sicher machen, oder? Wie bitte? Wir müssen noch Spiders sicher machen. Wow. Das geht gut. Eigentlich ist der Spider sicher, oder? Nö. Hier ist einer, die Treppe hoch. Ja gut, die Leiter nicht. Aber hier unten ist ja auch alles schräge. Da können die ja nicht hoch, wenn's schräg ist. Ja, kaputt. Spinne Freddy. Heißt der? Ja. Leere Spinne Freddy. Wir müssen noch die untersten Weg nehmen, normalerweise. Ja. Ich hoffe, das zeigt er jetzt. Wär gut. Passt ja genau, sauber. Passt ja genau, sauber. Oh Mann, ich dachte, warum geht dieser blöde Stein nicht kaputt? Aber wenn ich das mit der Axt mache, dann kann er doch nicht werden. Ja, das... Und dauert ein bisschen länger. Ja. Nur ein kleines bisschen. Steam. Okay. Hat einer von euch schon Iron-Tool-Crafting geskillt? Sonst mache ich das jetzt. Nö. Nö. Okay. 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 So. noch elf leder brauchen wir immer noch ja dann gehen wir mal looten und wer mit ja moment ich muss einmal kurz das gucken ich werde mal schauen ob ich vielleicht auch noch wild finde das ist nicht das gleiche irgendwie falsch dann gehen wir mal zur Schule rüber ähm, joa warte ich komme hinterher das gibt es doch nicht wie weit ist die Höhle weg? nicht zu weit ok ja ja das gibt es doch das gibt es doch nicht wo ist die Höhle was ist das für eine Höhle? ja ja da war ich noch nicht drin achso so eine bunker ähnliche oder? ja 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 Oh, hier ist gar nichts drin. Okay, das war alles von der Höhle. Ja. Die waren auch nicht drinnen. Oder das war die Höhle, die Madame hier schon ausgenommen hat. Hatte ja so eine Nitrathöhle. War unterirdisch. Ja, das ist eine Eisenhöhle. Stimmt. Naja, wissen wir das auch. Außerdem, das hättest du gesehen mit der Tür davor und allem. Achso, ja, stimmt. Ich seh doch nicht ein Schwein, nicht ein Hirsch, nix. Ich seh ein Haus. Juhu. Oh, pisse. Oh, pisse. Oh, pisse. Oh, pisse. Okay. Nee. Wolf bin ich jetzt nicht. Töne, ich muss doch töten. Oh, gib Fleisch und Fell. Bitt schön, bitt schön, macht's. Bist so weit. Ich bin grad woanders. So was aber auch. Ich. So, Wolf ist tot. Ich hab nur kein Boneshift dabei. Hast du einen? Ja. Und der wäre auch tot, wenn ich auch ein Jagdgewehr hätte. Dann würdet ihr rausreden. Oh, wir sind da hin. Oh, ein Piker. Oh, Wolf. Ja, ich komme. Oh, hier, hier Kunst, was? Ein Schwein. Ja, warte. Juhu. Ja, du Scheiße, das geht gut. Wieso hast du mich jetzt gesehen? Ja, hab ihn. So, hat mich gesehen gehabt, bitte. So, soll ich zum Schwein kommen? Autsch. Du blödes Schwein. Geht nicht kaputt. Lauf zu uns. Ich hab's erledigt, jetzt muss ich nur schnell ne Bandage nehmen. Sehr gut. Jetzt habe ich zwölf Tier heute. Das ist gut, daraus kannst du zwölf Leder machen, dann haben wir genug für ne Forge. Ich hab elf Tier heute. Ja, perfekt. Ist in Arbeit. Sehr gut. War das nicht in dieser Mod hier, wo man dann hier dieses trockenen Drying Rack oder wie das heißt braucht, um Leder dann zu trocknen? Hm, ne, ich glaub das war Ravenhurst. Genau. Ach so. War das der Bechen oder irgendwie sowas, ne? Ja, kann auch sein. Dass es in beiden gibt, ja. Oh, jetzt kommt wieder ein Hound. Hilfe! Hallo? Wo bist du? Komm her. Das gibt's so einfach nicht. Die Krasche hängt dann wieder. Da dachte ich mir schon entgegen. Ah, da sind wir immer hinter mir. Ja. Scherz für mich da. Ja, genau, sammel den mal ein. Der Doppel ist hinter mir gespawnt, oder? Da oben ist noch ein Wolf übrigens, da habe ich eben gehört. Da muss noch einer sehen, hier oben. Ah ja, da. Dort oben. Ich sehe noch nicht. Ach, da. Halt, bleib stehen. Wer? Na, der Wolf. Der ist hier. Wer ist da? Der ist hier, bei mir. Der ist echt ein Krieg. Komisch. Ich habe jetzt 25. Ja, sauber. Das reicht für die Forge. Wo ist die Stadt? Was hast du? Du gesagt hast Schlenz? Ähm, die Stadt ist ein bisschen, warte mal. Ja, so ein bisschen Richtung Nordost, nordöstlich vom Schiff. Ja, wir brauchen mal hin, oder? Ich markiere euch nachher, also ich gehe jetzt zurück und dann werde ich wahrscheinlich auch jetzt rausgehen aus dem Spiel, aber dann markiere ich euch mal die, diese, ja, asiatisch China Town, oder wie man das nennt dann, ne? Ja, das ist cool, danke. Und alles, was ich habe, lege ich in eine Kiste, das heißt, auch wenn ich mal nicht reinkomme, dann steht euch das trotzdem natürlich zur Verfügung. Okay. Nur für alle Fälle. Das ist immer gut. So, ich werde jetzt erstmal die Schmiede erstellen. Tag 5 Wurde ja auch Zeit. Mhm. Mein Leder, was ich habe, mache ich in die Schmiedekiste hinten gleich rein. Mhm. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Die 53 Silbernuggets, war die, also, war das alles in dem Hit & Stash drin? In der Dürbbücher. Dürbbar 1, glaube ich nicht. Krass. Eine Aloe-Creme hatte die Dame dabei, also auch gut. Ja, die sind, gerade weil man am Anfang die Aloe noch nicht anpflanzen kann. Ich habe tatsächlich da drüben, bei den Büchern hier, da habe ich meinen Schlafsack hingelegt. Daneben mache ich die Kiste mit meinem Zeug. Da könnt ihr ja dann mal reinschauen, damit die nicht im Weg steht. Ja, alles klar. Ja, du konntest, Rainer, du konntest einen Samen anpflanzen, weil wir einen Samen davon gefunden haben, aber du kannst Aloe, glaube ich, nicht als Samen weiterverarbeiten aktuell, oder? Äh, doch. Schauen, glaube ich. Ich muss noch mal schauen. Da haben wir ein Aloe-Vera. In der Heilungskiste. Ja, ja. Da wird keine Sonne gepumptiert. Also, Jungs, ähm, den Bergbauhelm, den habe ich wieder in die Kiste, also in meine Kiste da hinten gepackt, aber wie gesagt, bedient euch, ähm, da habe ich auch noch meine Rohstoffe reingelegt und auch noch einen Handreader, den ich noch gefunden hatte. Mhm. Und die Stähler, eine Feueraxt. Sowas ist halt da drin, also. Okay. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Jo, falls wir das brauchen. Tja. Bedienen wir uns. Exit machen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Hat ja auch lange gedauert, bis wir jetzt mal dazu kamen. Ja. Was lange wird, wird gut. Unbedingt. Ja, unser Sack lange wird gedauert. Mhm. Ja, gucken wir mal, wann es wieder klappt, ne? Jo. Hat mich sehr gefreut. Ja, gleichfalls. Hab einen schönen Abend. Ja, ihr auch, ne? Und viel Spaß noch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, ich muss ja staunen, was da drin ist, ein Skill. Medizin wahrscheinlich. Wir müssen da upgraden. Ah, wir brauchen unbedingt Kartoffeln. Mhm. So langsam geht uns nämlich auch die Nahrung aus. Was ist die Nahrung? Ich esse immer schon die gammeligen Sandwiches. Warum magst du das halt bei mir um 17 Fleisch? Ja, für schlechte Zeiten. Ja. Für schlechte Zeiten. Für Zeiten. Was? Was brauche ich da? Ja, das weiß ich eher. Ja, das weiß ich eher. Aber was brauche ich dazu? Ja, oh, gute Nacht, Pickeln. Oh, was ist das denn? Das ist nur so laut Oh, ein Schwein ist in die Spikes gelaufen Sehr gut Ich habe keinen Keinen Bohnschiff So, jetzt aber Siehste, es hat sich schon gelohnt, dass ich Spikes hier unten hingestellt habe Wieso sind schon welche drinnen? Ne, aber das Schwein Wir haben ja drei Fleisch, fünf Tierhäute und viermal tierisches Fett bekommen Passt Ich nehme dir abkürzen Ja, dann schauen wir mal zu der Stadt drüber, oder? Ja, ich muss einmal kurz noch Sachen loswerden Ja, ich muss noch mal trinken Ich muss noch mal trinken So, 85 Prozent Nord-Osten hast du gesagt, oder? Ja Gut, dann schauen wir mal nach Nord-Osten Du läufst aber gerade nach Südosten Nein, bei mir ist Nord-Osten Ja, da ist doch jeder von dir Ja Ja Achso, du kommst von da, ok Schauen wir mal, was der hat, finde ich Da hat aber keiner das Geld mit Ne Leer Ja Also bei mir steht auch Restock Tag 7 So, so Leid mir nichts drin Ja, jeder bekommt was anderes, komischerweise Also wenn der vielleicht Kartoffeln hat, dann wäre das ein kleiner Jackpot Das ist ein kleiner Jackpot Okay Ich habe gar nichts zum Essen. Ich habe keine Feltdorsitze, die du abbeenden kannst. Wie bitte? Hat er kein Felddorsitzen, das er abbeenden könne? Doch, habe ich schon gemacht. Hier vorne ist das. Hier. Ah, ok. Oh, nur etwas, nur etwas und so. Oh, ein Pilanix. Ah, da gibt es noch mal einen Reifen. Hm? Minus 10 Grad. Tja, kühliger. Unterkühlung 2. Wie weit ist denn die Stadt noch weg? Soll ich denn jetzt belaufen? Ähm. Müsste eigentlich hier irgendwo kommen jetzt. Ist leider so neblig. Stadion 3, ok. Wo bist du jetzt hin? Wohin? Äh, hast du irgendwas warmes zum Anziehen? Ne. Wohin. 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 Das ist ein Feuer, das ist ein Feuer. Aber wärmt dich das? Ich glaube nicht, oder? Wärmt nicht, geht das scheiße. Also vom Schiff aus konnte ich die Stadt hier hinten irgendwo sehen, aber ich kann mich im Moment überhaupt nicht orientieren. Durch diesen blöden Nebel. Da ist ja keiner in der Jacke verbunden. Ne Schuhe hatte der dabei, Laufschuhe. Ja, wie so, drei Hand oder? Okay. Okay, ein Wildschwein. Hast du die Waffe mit? Ja. Ich komme. Ah, was bist denn du jetzt von mir, du Schuhe? Ja, infiziert, du Arschler. Geht um. Alter, hast du? Ah. Ich habe mir nichts von mir, ja. Hast du Verbände dabei? Ich blute. Ich habe mir nichts von mir, ich weiß nicht, ne? Okay. Ich brauche halt auch Antibiotik oder irgendetwas. Ich habe noch 20 Energie, ich muss erst auch ein bisschen vorsichtig sein. Hunde von hinten, lauf, 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 lauf. Lauf, du bist gut. Was ist mit Laufen? Ich brauche das noch. Äh, ich brauche. Ich brauche noch eine Hunde. Ja, ich habe noch ein bisschen vom Hunde kerabiert. Ich habe noch ein paar Hunde. Ich schreibe das gleiche. Und das ist auch noch ein bisschen von der Hunde. 432 Ich hab nur noch fünf Chancen muss ich darauf aus Military 12, 12, 9, 8, ich hab nichts mit zum heilen. Arschloch. Ahhhh. Gar nicht. Da ist ein Hund, ey. Ja, ist mal. Du hast eh schon untergekühlt, es hat wirklich keine Ausdauer. Aber ich zieh da her. Hm. Da ist er. Ich bin noch mehr drin. Ach, sorry. Por uns. Da ist ja nicht so, dass du das Fl camerierst. Es ist ja nicht so, dass du nicht nur nehmst. So, du bist noch? Ja, du bist noch. Ja, du bist noch. Ja. Ja. Na ja. Ja. Ich habe dich von dir. Und du bist noch, dass ich sie gemacht hat. Ja. Du bist noch so, ich würde, du bist noch nicht so. Du bist, du bist noch. noch ja und du noch da aber ein habe ich gerade erlegt die anderen suche ich zwei habe ich erlegt ich weiß mal alle sind in eine piste rein hopp muss er die Klinge von mir rausnehmen was ich drin hab ja soll ich alles mitnehmen kannst du zu Platz hast, ich komme ja schon zu dir ich habe jetzt die Scherze mit die Tierhaut kannst du gleich die Haut unter denen was kann ich gleich? die Tierhaut kannst du gleich nehmen so ich traub deine Sachen hier dann ja so das war's glaube ich, oder? so ab jetzt 386 Schuss verschwende die aber nicht, Alter, wir brauchen die für die Horde Nacht mhm, jetzt kommt eine Horde, gell? ja die kriegen wir so weg dann muss ich noch ein bisschen da sind ja nie zu lange Hände gekommen jetzt ist es dabei, geht auch gut gut wir sehen uns nicht, ok wir haben noch gesehen, ok wahrscheinlich weil das so heblig ist ja ja genau ja, da liest du sie wieder so ein blick den wieder durch ja 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 das ist ja noch nicht ja das ist ja auch nicht okay Luks ja ja Sorry. Gut, dass PvP aus ist. Mhm. Der war auf der Woche sonst viel mehr. Wanderhorden und so. Mhm. Ich hab keine Ahnung, wir müssen auch bald zurück. Mhm. Vom Schiff aus konnte man die Stadt sehen. Ich glaub, wir sind irgendwie schon viel zu weit. Nein, wir laufen noch ein bisschen rauf und zurück. Ich sehe ein Haus. Hm, ja. Ist ja nicht Funkanlage, das ist es. Mhm. Kein, das ist ein Beet. Wo ist ein Beet? Ja, hier ist die Stadt, okay. Friedhof. Okay, erstmal nicht zu weit reinlaufen. Ich komm mal zu dir. Ja. Wie ich halt ausschaut, so wie es kommt. Mhm. Ich guck mal zu mir. Ich guck mal zu mir. Ich guck mal zu mir. Ja. Jetzt guck mal zu mir, irgendwas zu hart sein, selbst. ich habe feile gefunden ich trau die hier mal Wollfram, Schraubeschema, ok ok, ich habe die Voraussetzungen und Sprengstoff ich habe das Klo gefunden ich habe sie leider nach oben gefunden oh, oh, da ist er wieder ich habe das Klo gefunden ich habe das Klo gefunden super, ich blute schon wieder verpiss dich, du scheiß Zahnbäh ich habe leider nur einen Kotten dabei warte, wie ich bin hinter 33 warte, ne alte Creme gehst du vielleicht? ha nein, sie geht ja trotzdem weiter oh, B23 eingependelt oh, zum Glück geh mal eben raus und such mal Kotten ne Hörst du Ding zu machen, oder was? huh so, traur dich Katowfer ich habe auch eine echt gut dann lass uns mal jetzt erst mal wieder zurücklaufen würde ich sagen ja ja so, ich hab mal verbrände oh, ein Schwein und ein Kornbild Alter, schieße ich den Zock oder drühe ich schwemme wieder ab bist du nur schon? ein Stück Richtung Basis gelaufen bin ich ne? also, wie war es denn, oder? ah, na doch du wüsstest hab ich ein Schwein gehört? hab ich ein Schwein gehört? egal, lass mal ja, die Kartoffeln in Sicherheit bringen besser hacken da hinten uh da ist Zaunwehhaut hast du ihn? gut aber ich bin gefühlt und nicht, dass du noch mehr kommst ich bin gefühlt ach los 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 Ich habe sogar zwei Schatzkarten gefunden. Okay, ich werde nachher noch lesen. Alter, ich habe einmal den Kreislaufen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Musst du so viel ausdauern? Ich habe Love Forest Love geskillt. Habe ich auch gerne mal. Und ich habe auch einmal dieses Tyrannosaurus geskillt, dass mehr Ausdauer regeneriert wird. Und ich habe auch eine Ausdauer der Karte. 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 Ich habe noch zwei Klätzen gefunden. Sehr gut. Und ich habe auch eine Ausdauer der Karte. Ich habe auch eine Ausdauer der Karte. Und ich habe auch eine Ausdauer der Karte. Was ist das? Spice-Watt-Kartoffeln Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Schick dir mal was in die Waffenküste rein Ja Kann ich aber noch nicht lesen Kannst du auch nicht drüber? Okay Okay So, ich nehme mal wieder zwei Verbander mit Und dann Das ist es. Wie bitte? Mal was ich esse. Meine Gesundheit ist gestiegen. Meine Gesundheit ist gestiegen. Du machst schon das Speck. Die hörte ich auch. Hier wird dein Grill rausgefunden. Wer hat denn dein Grill rausgefunden? Okay. 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 Okay.